ja bei 2000 also chat bei 2000 subs kaufe ich wirklich für michael ein gagball und dann schicke ich ihm den jetzt muss ich einfach googeln was ein fucking gagball ist ich weiß es einfach nicht ball alter was man da kann ich aber nicht mehr reden dann sag ich ja nur noch 8 sachen bloß ja warum heißt das ding dann eigentlich gagball das müssen wir jetzt mal einer erklären ist das jetzt abgeleitet von gag also dem witz oder wo kommt das her doch ich habe fall fiction gesehen ich wusste halt bloß nicht was ein gagball ist also fall fiction ist ein sehr 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 geiler film wenn man sich überlegt was der film gekostet hat und was so für schauspieler mitgespielt haben das ist schon ganz schön wild ich glaube wenn man das heute nochmal nachbilden würde mit dem selben schauspieler und würde der film einfach sämtliche budgets sprengen cloana feindling dankeschön für zwei monate maga der case auf deutsch knebel ach so ja dann okay dann ergibt das sinn das kennen halt nur die städter die dörfler kennt das nicht die sind halt normal also normal als die städter die auch normal sind um noch mal die kurve zu bekommen laut schätzt sind auch fünf stunden robert ag vielen dank für den follow lebt dem apex habe ich noch bekommt mit italien ja war schon nie ich weiß ja nicht ob die grenzen schon offen sind wollen maschine lebt vollmaschinen er was vollmaschine ok ok vielen dank für deinen follow ja wir haben noch erziehung auf dem torf oder was ja ja bei uns wenn du dich daneben aber damals da ist im knüppel noch baut die pfoten gekriegt ja natürlich tatsächlich hatte ich nie im hofer ich muss mal kurz bereist die kursen geld da muss das angebot warten musst du warten bis die e-mails reingeflattert kommen ja wenn man das war das ist es eigentlich auch wunderbar denn musst du holen so schnell weil gut ist nicht so teuer mich jetzt schicke ich dir denn das nächste rennen was auch was denn einfach den gegner ins ohr gedrückt und umgeschnallt einfach komplett falsch bedient wohin gedrückt ins auge weil das ist ja rund stell dir das jetzt mal bildlich vor okay vergiss es einfach auch glaube schon mal eine pause das ist doch nicht mehr normal lisa wird groß applaudieren wenn das ding da ist sie ist als schmerzensgeld für mich oder als anzahlung die gerade bitteschön auch gleich aus im rennen dg dg pirat man und natürlich auch audiosucht die augenbogen schneid die vom gasgeber aber nicht ja du wirst nächste woche richtig am arsch nächste woche wird an das bild und es ist noch nicht mal nacht wisst ihr letztens haben wir das ja nachts gemacht als alle anderen gepennt haben mich und ich da waren aber das ist ja hier es ist ja hellig der tats 19 uhr auf was wollen wir das jetzt schieben bei michel müdigkeit wahrscheinlich überarbeitet oder so gerade so ins freie rhein zu viel sonne ja das glaube ich auch dass ich hitze schlag oder so zum glück hat es jetzt schon ganz verregnet wenn es regnet kann es auch warm sein ja nee aber war kalt jetzt mehr gestraft die reifen bis sie zu viel wasser mit geschmack jetzt wissen wir auch warum dies erst mit michel so lange ausfällt das wasser ist das ist einfach mal was daran tun ab eine nähe ach so wegen den horn oder was heißt das wasser zufällig absolut wodka für sich ja gut ich bin jetzt halt so typ der rassiert sich jetzt nicht an den beinen ich weiß nicht ob das jetzt mittlerweile eben ist das echt mal eine erfahrung soll ich mal probieren kein scheiß jetzt entwitz das starrt dann bloß ich hab das früher ich hab mal gemacht ja ich hab das sieht es aus aus auch die bläck ok jannik aktuell wieder auf 9 von 31 runtergefahren auf 9 glaube ich soweit vor uns ist acht und sieben einfach mal dazu an die wir ja das macht das macht das ich hab das halt wirklich gemacht scheiß mal drauf ob das in war oder nicht also mit so damit ins bett rein schleichen denn die in die decke da wird jede frau ein lied von sinken können wie geil das ist sage ich dir so ist ohne scheiß jetzt kein witz fühlt sich mehr als betale später dann hast du wie so ein kleppverschluss an der beende willst du aufstehen dass die bett denke dran kleben was ist mit ihr ja weil die haare wachsen ja naja aber du hast doch da eine beine nicht halt irgendwelche fett borsten in deinem gesicht und pfeife natürlich du bist doch kein scheiß borstenschwein ich hab da was auch schon mal probiert zu rasieren sämtliche rasierer abgebrochen sämtliche rasierer abgebrochen dass ich daran dass du kein feingefühl hast du pfeife auch ist einfach einfach los klinge sofort stumpf einfach die beine haare abflämmen jaja und hat sich auch bei wish bestellt er muss mit dem schwert versuchen ok als ja das kann man ändern also zentren kann das alles hören ich muss nur dieses magische knöpfchen hier drücken und dann geht's los also konstanz ist bei dem bentley wurde irgendwie nicht so drin habe ich das gefühl da gehen die ersten vier vier und fünf hunden ab die schmitz katze und dann ja gut das hat ja dann wird auch sportlichen hintergrund pyroton und sein fahrer dass jetzt sich halt die beine um die wind schnittigkeit beim bratenfahren zu erhöhen da sehe ich dass der trolle dankeschön für fünf hütten bei dankeschön du bist so eine pfeife das ist komplett entspannt du musst dir mal ein bisschen leichtigkeit reinbringen wenn er da so kleine die die ganze sache bis auflockern ja mal ein bisschen rasieren es ist nicht jeder so wie du es kann nicht jeder nebenbei quatschen und irgendwelchen dünnes verarbeiten mann 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 ey ja baldgeist die haare die die wachsen aber trotzdem auch in der wunde weiter also misslich dankeschön patrick die michel quatschen wir nur hier weil er und erfordert ist im world cup quatsch michel nicht so viel ist korrekt ja das lässt ja immer nur herausfinden wenn wir zusammen fahren da spürt jede kommt spürt sich einfach alles aus was monatelang so angesammelt hat was auch das problem ist halt dass ich dann wenn ich viel quatsche das stand im nachhinein halt mega viel anpfiff bekommen ja richtig von mir ist auch ständig anfangen ja ja ist klar weil ich super sprach das ist ja manchmal super ein paar sparen könnte mir die drücke mal durchgeben langsam möchtest du dieselben haben wie vorher kann ich dir gerade nicht sagen ja alles ist schon wie sich hier dann packen bitte mal diese aktuellen drücke viel zu niedrig wie 27 27 27 27 27 22 das ist ja bändler fährt schon wieder so eine komische linie machst du das fertig sie willst du mich gerade verarschen oder was natürlich war ich das nicht fertig du hast doch dazwischen gequatscht und mit ihm gequatscht jetzt mach du das fertig ich habe mir das nicht gemerkt du bist nicht gemütet ja ich fange an mit ihm zu reden du quatsch dazwischen dann denke ich dass du das übernimmst warum soll ich das jetzt machen ich dachte du bist gerade am rechnen was soll ich denn da rechnen 0,4 drauf macht es nicht rechnen das sind auch die ich habe nicht zugehört der fecker eilafrika meinst du jetzt 0, wenn er bei 27 1 und scheiße ist es 0,3 zu wenig sondern mit 28 luft drücken am anfang fährt denn 27 8 9 du willst ja wohl der ich erzählen dass er jetzt mit 27 8 angefangen hat und jetzt bei 27 1 angekommen ist also excuse me mr kfz techniker okay 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 deine verantwortung ja wie viel sagen wir jetzt 0,4 oder 0,5 ja toll ja mein kannst du ja noch nur fünf machen bei den sachen 27 0 ist aber ich habe mir nicht gemerkt welche reifen das sind weil du dazwischen geblickt hast alle nee deswegen hat er ja die reifendrücke auch noch separat aufgezählt weil zwischendurch war auch nur eine 27 1 dabei da würde ich 0,4 drauf machen und bei 27 0 für ich 0,5 drauf machen da kack mal deine luft drücken nochmal bitte also aktuell vorne 27 2 27 2 hinten 27 3 27 2 ich will schon mal hier gehen da was sind würde ich hier beobachten du bist nicht nur vier gerne sind bei voll sind die halt aufhören ja maximal 03 eventuell drauf hat maximal danke danke zentren danke ich möchte übrigens mal ganz kurz erwähnen das 23 22 runden habe ich noch eine brauche ich die drücke michel stecker michel stecker mathematische gleiche brauchen moment der löst gerade noch versuchte zu lösen so können wir beginnen auf der karten ein kaiser ja natürlich wird es noch kälter aber okay ich sag da nix man sollte sein meister man sollte sein meister nicht immer widersprechen also meister im sinne von senpai deswegen ich hab das schon 625 Ja. 727. Ja. 621. Und 721. Okay, danke. Alle Luftdrücke nur 3 an oben. Alles klar, danke. So, hätten wir das auch erledigt? Ja, die werden aber nicht stimmen. Er wollte es jetzt so. Ja, richtig. Du bist aber der Boxen-Dun. Du solltest, du hast mehr Zeit zum Atmen im Kopf und darüber nachzudenken. Das ist eine Stunde kälter. Dadurch, ja gut, das ist ein Grad. Die sind so minimal. Das wird nicht passen. Hinten raus passt das nicht. Das passt hinten raus? Nie. Das hat auch bei mir nicht gefallen. Meine Drückenpaar sind immerhin raus. Ja, werden wir dann sehen. Weil ich sie sagen, 5 von 5 Fretten den letzten haben gepasst. Als sie einen Winkel seine gemacht haben, haben die auch immer gepasst. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, senpai, da muss ich leider sagen, da musst du nochmal ins Bootcamp. Machst du die Reifendrücke eigentlich, wenn ihr im World Cup fahrt? Ja. Ich sehe das seine eigene Drücke. Echt? Ja. Okay. Äh, Iron Manch muss sich enttäuschen. Ja. Hier nix fanatic. Nix. Nada. Niente. Nix. Nix. Nix fanatic. Nix. Dix. Nix. Schöner Stint. War ja ganz schön langsam mit dem neuen Gear, wa? Boah. Äh, schöner Stint. War ein bisschen langsam mit dem Gear, wa? ja das ist bestimmt bis dann kommen wir so weiter geht's es war jetzt böse gemeint iron man aber von fanatic distanziert sich ganz weit ist nicht mein gier was ich gerne haben möchte ja jetzt müssen die 58er fallen also wäre enttäuscht wird sich so mehr die herren reifen rücker aus indem die temperaturen von der strecke einstellt drei runden fährst guckst ob die passen einstellst und fertig also muss einfach nur schnell single player reinfahren und dann da macht kein scheiß ach so ja das stimmt das stimmt was denn nee war jetzt gerade in der geschrieben hat weil er wegen fanatic gefragt hat auf den pulsen man denkt hat ist er dass das p wenn man das jetzt nicht durch die kennen wenn man das durch die kämen schlecht sieht sieht es halt aus wie das erinnert sich wenn die reifen drücke falsch eingestellt sind dass du nicht maximale haftung mit den reifen hast und dann kommt ein auto zum kutschen dann wird es unangenehm ich glaube ich würde mal so weit gehen zu sagen dass sie sich dann auch ungleichmäßig ab ja die nutzen sich halt schneller viele defekte und schlechter support gerade was die pedalen angeht dauert halt alles zu lassen und wenn du halt im 4 sim racing machst und es geht was kaputt und es dauert dann halt zwei drei wochen bist du da hier wieder zurück bekommst ist es halt mist da bin ich halt kein fan davon dann wenn man schon lust hat viel geld auszugeben aber es ist viel verhältnismäßig viel geld auszugeben dann sollte man vielleicht gleich noch zwei 300 euro mehr draufhauen und sich wirklich das richtig stabile zeug holen was nicht mehr kaputt geht wir haben keinen team melde sowas haben wir nicht hier wird sich sonst die haare aus dem kopf raufen glaube ich wie gesagt die defekte ist das eine aber die 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 abfertigung und der support wie schnell das ganze geht das ist halt das andere und das funktioniert halt nicht wenn du jetzt wirklich viel sim racing betreibst und das eigenstein dein dein haupt main game ist na dann ist das halt ärgerlich wenn das so lange dauert beim simo cube ist es halt so du hast den motor ja da geht nicht kaputt dann kriegst du mit dem sim racing nicht kaputt so und dann hast du diese steuereinheit dort drin und dort kriegst du halt jeden bums einzeln zu kaufen das kannst du selber wechseln bei 90 mokub ist es ein bisschen anders weil das ist alles integriert aber bei meinem ist es halt alles separat ich habe ein separates plexiglas gehäuse für die ganze steuerelektronik die nicht mehr auf dem pc steht und dort kannst du halt alle separat kaufen da ist es halt in zwei drei tagen daraus sein das funktioniert wieder genauso verhält sich das mit den pedalen also was soll an solchen häuschenfeldpedalen kaputt gehen außer die gummies die lotzell wirst du niemals kaputt kriegen weil du trittst da nicht direkt drauf sondern die wird wirklich bloß von der biegung von dem der von dem umwerfer hinten wird die leicht gebogen und dadurch nehmen die dann das signal ab und das geht halt nicht kaputt also ich habe nie gehört dass der lotzell bei einer bein bei ein paar häuschenfeldpedalen kaputt gegangen sind auch die konzentrationen lässt bei stefan bisschen nach ja gut die kosten natürlich dann auch dementsprechend geld ist los das ist richtig kosten halt dementsprechend ein bisschen geld aber das lohnt sich halt auch weil ihr müsst es so sehen angenommen ihr kauft euch die fanatic bezahlen macht sich zum black friday für 300 euro ihr sagt ihr wollt die werte fünf sechs jahre behalten nach zwei jahren oder nach kurz nach zwei jahren gehen die pedalen kaputt ja da musst du die neue kauf wollte keine garantie mehr hast du lässt halt reparieren für teuer gilt also bei hatte er hat der häuschenfeld bedanken gab wo die lotzell kaputt gegangen gestartet das war ein fanatic das spiel aber jetzt ist sicher bei wem bei now yorks das waren glaube ich noch fanatic pedal na warte mal sprach immer ich glaube das war noch die v3 oder nähert letztens hat er an den häuschen welt gebaut und hat er da glaube ich getauscht wenn das kürzlich war kürzlich war meine jahr hіpener know ab und auch ab kürzlich kürzlich w w w ich habe mal gefahr eine vrs vertreibt glaube ich häuschen feld ja ja häuschen feld ist da sehr 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 schnell was das angeht also die die haben wirklichen mega sofort und man muss halt auch eingestehen das material was in den pedalen steckt das ist ein steuer aber die entwicklung und die fertigung ist das was teuer ist weil die lotzelle die dort drin ist lass die mal keine ahnung maximal zehn euro kosten das ist nicht viel das ist aber glaube ich auch ach so okay das wüsste ich nicht leben aber ich glaube nie jetzt ist klar offline ist ganz schön bestimmt seine handynummer hat da wird schon mal gucken ja plus steuer apple war so oder jetzt du bist ruhig was los ich fahre mich nicht warm war gerade die drücke raus weil ich mein mikrofon muten musst du nicht ja aber bei max ist halt so ich weiß nicht ob du schon mal so eine formel 1 bremse getreten hat äh häuschen feld hat glaube ich keine hydraulik beteiligt wenn doch dann ist das neue häuschen feld hat keine hydraulik beteiligt laut meinem letzten stand seit wann jetzt 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 bin ich halb sechs ach das m äh äh up wir haben keine hydraulischen bedanken also ich finde sie jetzt zumindest nicht wenn ja schick mir bitte link die haben die ultimate sogar runter gesetzt die kosten ist bloß noch 1000 anführungszeiten die sprints kosten noch 800 oder 690 607 8 schluss jetzt hier geht eigentlich also häuschenfeld hat keine was steht bei häuschenfeld auf wird das ist voll hydraulisch sind was die dämpfer junge die dämpfer jungs die haben dort separate dämpfer drin ja okay die sind natürlich hydraulisch die dämpfer das sind keine gasdruckdämpfer das sind halt keine hydraulischen pedalen in dem sinne ich glaube kann euch mal ein paar voll hydraulische pedalen raussuchen müssten glaube ich die hier sein ich schicke euch jetzt mal ein link rein die sich würde mal bei dir auch in den chatten link posten wenn ich das da ja mal das wären dann voll hydraulische pedalen dachte ich oder war aber sind es nicht wartet mal das ist falsch das ist quatsch vergesse link welche waren denn das also bezeichnen nach vorne ach genau simtek das war es nicht nicht mecker simtek train so jetzt sind weil das wäre dann voll hydraulische bedauern das ist halt endstufe was zum racing angeht also die würde ich gerne auch schon mal probetreten die simtek pedalen ja da praktisch wird es auch endstufe da brauchen wir jetzt nicht drüber und halten aber die habe ich jetzt nicht angeguckt ich habe firefox total dazu gemacht aber allgemein ist der preis für simo q in vielen shops ähnlich also es gibt da jetzt nicht so die riesen diskrepanz zwischen den preisen du kriegst du wahrscheinlich hier und da ein bisschen billiger und ein bisschen teurer aber überall kostet fast überall gleich der gäbe das zähl mal gleich also eine honda aber übrigens jetzt überholt das ist auch okay staubkuchen 22 sekunden auf platz 7 rechtswerk jetzt muss ich mal gucken warte mal ja die sind auch interessant die sind halt auch hydraulisch sieht schon geil aus aber gaspedal ist halt auch nur noch ist halt auch rein mechanisch ist halt wirklich plus die bremse und die kupplung nutzt du fast nicht hat es wärmer so interessant die würde ich mir auch mal angucken bock drauf aber wo siehst du was die kosten ich sehe das gar nicht 1200 kosten die 1000 1000 250 euro kosten die von race werken das ist natürlich auch kein schnäppchen ja ist ja gut oliver das stimmt natürlich auch das ist richtig ja ohne mehrwertsteuer so perone ja der wild aber das letzte mal im boot meine ich zu also ich kann mir jetzt nicht einfach mal so pedalen für 1300 euro kaufen das geht nicht ja platz 8 wins so bin auch wir ich denke aber manchmal jetzt gleich armbrot essen gehen ja dann gehe ich jetzt noch mal schnell pinkeln damit jemand da ist und denn kannst du los deal deal ja ok cool dann weiß ich mich so vielen dank für eure ganzen follows vielen vielen dank ne ist er nicht rubik ich hab da ein adlerauge drauf gehabt 58 124 war glaube ich das schnellste 1 1 59 124 alles so scheißegal wichtig ist dass man konstant fahren das werden wir nicht schaffen guckt euch mal mabix zum beispiel an der stream der zwei drei tage da habe ich keine kinder schnitt dagegen ist einfach so derzeit auch ultra schnell mabix muss man halt nur dazu sagen ich habe einen neuen fan nice video du hast auch neuen fan ja ich muss jetzt was essen also ich glaube lisa hat auch hunger einfach mal anrufen meinst du fragen ob ich mal testen darf dass die medizin schicken wie die also wie gesagt es gibt auch noch schnellere leute aber danke für mich als halt sagen wir für mich hat den unterschied gemacht dass ich halt den simo küp nicht mehr vom monitor hatte da ihr müsst gehen längst sollte nehmen ihr könnt auch eine verlängerte gibt es auch eine verlängerung für für die base an sich das reicht auch schon ich glaube das ist ja das so da müsst ihr den halt direkt dahinter stellen das geht auch und ich habe es halt so gebaut ich habe halt jetzt hier halt den vorteil dass ich den bums ja alles verstellen kann ja wie ich das halt braucht wenn du dann doch mal ein anderes lenkrad oder irgendwas hast ist das schon von vorteil ja einfach korny ich bin professioneller gagball spieler irgendwie tut mir langsam der arsch vom sitzen wehen ohne scheiß vielen dank dafür wie du machst du dich ganz verlegen auf damit ja also grafikkarten werde jetzt wieder billiger also lohnt sich jetzt mittlerweile schon wieder zuzuschlagen was habe ich denn nun schon wieder für einen spruch gebracht mann ist ja gut es stimmt auch wieder nein 30 70 gibt es mittlerweile schon für 800 euro also 1000 euro kosten ja nicht vielleicht also man muss dann immer mal den entlegenen ecken gucken zu mir aber bei kleiner zeigen dann aufpassen ach so wir sind jetzt professionelle gagball spieler okay ja also chat ich muss jetzt ganz ganz dringend gagball spielen gehen und danach was essen ich denke mal ich bin so noch stunde wieder da die sie ja gibt mir nicht weg wir brauchen top ten denkt an die ganzen kanalpunkte ja 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 also kein druck jetzt nee und die die gegen die top ten gewettet haben ja ja aber einfach nicht verdient kanalpunkte extra dazu zu bekommen ja okay gut schön dass wir gesprochen haben also bis dann guten hunger ich lasse mir laufen mehr die sie unterhält euch dann ein bisschen und ich denke ich habe auch bis gleich eine stunde am bruder ist heute faktor ist red racing team ja dann sehe ich uns der rote punkte der passt schon die geht am brot essen die sind aktuell aus nach vorne der ist doch schon ein greifbare nähe 90 kunden lange wüsste ich hätte noch so lange bleibt er gar nicht raus die kohlen ist auch in der stunde abzuschließen mit dem letzten sind pferd weiß ich nicht vielleicht michel zentren wird man fast eher sagen michel wenn wir für platzierung fahren wo ich sagen schief michel raus weil der ist am schnellsten aktuell müssen wir gucken je nachdem wie meine beiden sind laufen also ich war halt nicht diese pace also ja da ist mir ungefähr kann sein dass schneller wird in den letzten rennen wurde die rennen ist immer schneller mal gucken mal sehen wird sich gleich zeigen dann die vier stunden durchfahren da bist du im arsch da da wenn sich abmelden glaube ich ich habe da kann sich wirklich abmelden also es geht aber das ist schon echt anstrengend ich bin ich gut zentren bisschen ziemlich gut also hatte ich gute pace fokussiere dein hasst auf die straße ich hab kein hass ich hab keine wir sind ja eigentlich wieder gut nach vorne gekommen könnte man sagen war schon gute arbeit viel spaß rückt halt die 406 ist vor uns also 406 das jahr die sind in unserer runde 96 96 ist auch in unserer runde und 19 19 19 19 19 ist auch in unserer runde also geht noch ja habe ich im blick aber erst steht auch auf 2 ja p5 wird schon hart heute also für mich wird schon hart die pace zu geben von den top 10 jungen ehrlich das wird für mich schon sehr hart denke ich also wenn ich jetzt nicht gleich wieder den totalen abflug kriege sowie die letzten rennen dann mal gucken ich muss schon sehr niedrige zwei nuller zeiten fahren bringt hans vincent hat das auto weggeschmissen in der dritten runde dann waren wir 31 und sind von 31 wieder auf 8 vorgefahren steigt steigt der pult schon nö eigentlich nicht nicht wirklich ich habe keine clips aktiviert zu einem sichtige kleine neben haben wir machen wir noch ein dem und zwei autos weg ne Amen. Das ist die Apple Watch, die den Puls ausliest. Das ist die Apple Watch. au diesem racing und wie lange hast du jetzt auf die ruhe stellen halbe stunde alles klar ich grüße dich ja auch hallo was geht eigentlich könnte ich mir jetzt noch mal so ein schädchen obst reinzimmern ja 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 ich weiß gar nicht wie alt stefan ist 92 baujahr sieben jahre jünger als ich glaube ich ich habe sie jahre jünger als ich oder 94 ja neun jahre jünger als ich kann es noch ganz noch jetzt kommt einer danach kannst du ich komme nicht rauf ich habe auch in den rücken jetzt vorsicht 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 jetzt kannst du von das für eine scheiße ist egal war weiter alles gut die ja hier ja ich das ja ich 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 was jetzt was heißt technische defekte der reifen ist anscheinend die ganze backweise durchgetreten ist das übertrieben heißt ja muss soll gucken dass ich wieder sammeln was meinst du mit technischen defekte also hier kann der reifen hops gehen die kann dem scheiße wir können der motorhops gehen ist egal mag es nicht stimmen immer noch zehn und die sind alle im blickfeld vorne die feiten die sie die feste eine schnellere pace also nicht schlimm dann passieren rechts großartiges passiert und kannst du machen bade meister ja Das war's. Wilde Aufstellung hier vor uns. 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 Ja, ich habe letztens Ärger gekriegt, dass ich kein Obst geesse. Deswegen esse ich jetzt Obst. Und ich soll drei Mahlzeiten essen am Tag, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Das spricht Dresche. Heiz. Das Obst ist nicht gezuckert, ne. Das ist normal. Von wem ich haue kriege? Von meinem Vater. Der hat mich angemeckert. Ich soll nicht so ungesund abnehmen. Und mein Papa sagt, dann ist das so. Ich habe keine Freundin, bin Single, nix. Ich habe keine Freundin, bin Single, nix. Wie wolltest du denn abnehmen? Wir essen nur einmal am Tag momentan. Das ist ungesund. Aber nicht, weil ich das so will, sondern weil sich das nicht anders ergibt. Also ich zwinge mich gerade quasi zu essen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will. Es ist wirklich ziemlich kühl aktuell. Das finde ich ganz gut. Ich bin mal gespannt, wann der Sommer kommt. Ich denke, August, September, so in dem Leben. Da wird es richtig gut ballern. Mich will jetzt essen. Mich will jetzt gerade essen, wenn man am Brut. Ich feiere den Sommer dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eigentlich auch nicht so ein großer Sommer-Fan, aber dieser Sommer war echt gut. Bis dato. Also bis jetzt war er wirklich schön. Schwede Zentrum fährt jetzt denke ich mal so 20 Minuten ungefähr. Ich habe mir damit eben die Reifen auf jeden Fall gekillt. Wie lange hast du denn noch? Ähm, 20 Minuten. Kommst du denn noch klar? Oder? Ja, ja. Klar, komm ich noch. Und sobald ich dann tue, merke ich, dass das technisch überholen will. Naja, wir müssen so einen zarten Mittelweg finden. Ich habe es immer ein bisschen mehr, dann aufs Gas. Dann hält es ihn vielleicht ein bisschen. Ich funktioniere mit dem Pfeffer auch immer ganz gut. Ey, Tobias, moin, ich grüße dich. Wie geht's dir? Ja, Pfeffer auch, Tobias. Also habe ich zumindest das Gefühl, ein bisschen mehr Gas und der geht. Mir geht's supi, Tobias, danke. Ganz wildes Rennen heute. Von P3 gestartet, auf Runde 3 auf 31 zurückgefallen. Und jetzt wieder auf 10 vorgefahren. Wild, ganz wild. Und Michel ist heute unstoppable. Der ist einfach, also wirklich Perma am Quatschen. Der hat Quatsch heute den ganzen Tag durch. Der hat gefühlt jetzt vier Stunden durchgeredet. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit klarkommen sollte. Er ist halt einfach, der hört nicht auf zu quatschen. Was würdest du Silveston auf deiner Skala von 1 bis 10 geben? Den neuen. Jetzt redet er aber nicht. Nee, der ist gerade Abendbrot essen für eine Stunde. Der ist gerade für eine Stunde Abendbrot essen. Der hat Sammelfasser. Der ist auch Freude. War das nicht mein Job? Nee. Nee, acht Stunden kann ich, also acht Stunden kann ich mir das wirklich nicht geben. Das mir dann, äh, also das mir zu toll. Viel zu Silveston mehr als Spahr. Ich hasse Spahr. Bei mir ist es so schön. Baggerbichl hat heute permanent, also wirklich, Tobias, der hat heute nonstop ganz schätzt. Er hat nicht einmal die Fresse gehalten. Keine fünf Minuten. Der hat wirklich nonstop hat er geredet, Leute. Der hat richtig gute Laune. Der ist halt im Urlaub, so. Der hat richtig halt angezogen. Und ein schlechter Witz nach dem anderen, Leute. Also wirklich ein schlechter nach dem anderen. Ja, wenn Witz denn auch noch da gewesen wäre, wäre ich gebutet. Dann wäre ich gebutet gewesen. Was? Das ist zu viel. Danke dir. Das ist einfach irgendwann so. Äh, Carbine und Snooze und Onkel Louis. Dankeschön für eure Sub. Willkommen zurück. Ah, da sitzt ja sogar noch ein anderer Fahrer drin. Das ist ja nicht mal mehr Benz. Und was ja Benz jetzt. Die doppelste sind alle gar nicht, glaube ich. Die doppelste sind gar nicht. Fällst du kein Rennen dieses Wochenende oder nur Sprint, Tobias? Ich habe auch noch einen Dienstagabschlussprüfung. Nice. Ich wünsche dir viel Glück, Tobias. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, ich hoffe, das habe ich. Na gut. Ich glaube, der Bentley hat einfach tote Reifen. So wie die letzte. Wird das nix. Oh oh. Deutsch und Englisch war so trash. Meinst du jetzt Abi oder Uni? Nee, kostet nicht zusätzlich Zeit, Christy. Ich bin Realschule. Die ganzen jungen Küken wieder hier, weißt du? Jetzt verstehe ich auch, warum du mich, alter Mann, leinst. Nee, ich weiß dann, Alter, nicht, Tobias. Du solltest das auch nicht in diesen Chat schreiben, wenn du gerade Realschuleabschluss machst. Wirklich. Weil der Channel ist ab 18 und wir sind da sehr strikt, Tobias. Du bist 18, okay? 18! Weil der Channel ab 18 ist. Ich müsste dich bannen, wenn du mir jetzt sagen würdest, dass du unter 18 wärst. Deswegen sage ich dir, du bist 18. 18. Na klar, ich habe es zweimal wiederholt. Na, wusste ich doch. Ist kein Problem. Du bist spät in die Schule gekommen. Du hast länger im Kindergarten. Easy. Er hat in der dritten schon geraucht. Ja, und in der zehnten kam er schon mit Auto vorgefahren. Wir kennen es alle. Doch, doch. Der Channel ist ab 18. Das musst du bestätigt haben. Vorher. Er wurde siebenmal eingeschult, weil er Einschulungstüte immer so toll... Geistiges Alter oder normales Alter? Ne, vom geistigen Alter sind einige... Drücke hast du schon? Drücke habe ich hier, ja. Wunderbar. Kannst du mir dann durchgehen, wenn du magst, irgendwann? Ja, machen wir auch mal dran. 26.5. Ja, warte, er fängt zu Recht mit der neuen Steuerung. Du bist nicht mehr. 000 Euro. Super. Ja, warte, er fängt an. Es geht an. Du bist nicht mehr. Ja, warte, er fängt an. Ja, warte, er fängt an. ja wirken 25 27 3 ja 6 25 das war doch mal 25 ja da habe ich und 26 8 26 8 ja all right habe ich eigentlich gut okay gut aber das auch in der unseebar was muss ich gerade lernen tobias mathe oder was erst mal hauptsache erstmal random fach erfragen märte der 78er puls ballert bei dir aber auch ziemlich gerade fett genannt oder was war mein freundin zieht gleich mal die haben wir beide lang was denn bw er betriebswirtschaftslehre der betriebswirtschaftslehre weil das 64 war ich bin 36 jahre alt ich habe 25 jahre geraucht und ich bin fett wovon redest du hier gerade du bist wahrscheinlich ein meter 60 groß und wiegst drei gramm und hast wahrscheinlich noch nie die zigarette gesehen geschweige denn die menge alkohol die in meinen körper reingegangen ist also hör mir jetzt auf mit heute ist für 60 oder heute ist für 60 ich bin 18 groß probieren mann ich weiß dass ich nicht fett bin ich möchte das aber trotzdem noch mal hier betonen um das als argument zu benutzen mann ich trinke aber auch schon seit acht jahren oder so bm ich gucke jetzt hier auf bmi oder was ich gucke spiegel das ist der einzige bmi der mich interessiert und der sagt bumsbar ich habe ein großes herz tobias für junge leute deswegen geht man mein herz geht immer richtig auf weißt du mein herz geht immer rauf und schlägt dörner das kann so falsch deren die zwei gift das war so nicht gemeint nope nope das war so nicht gemeint an die danke dass du bm mir zugesteckt hast willst du uns was erzählen die tobias noch nie passiert wird wie passiert ja tobias weißt du schmack das geräusch wenn du deinen schnauze wort gewandt ist er also ich meine es klang gut es war bloß leider gottes zweideutig und es gegen in die eine richtung die man eine runde fahrs noch und komme ich rein so heute alles ohne soundcheck gucken wir mal ob das geht wird schon fahrer auswahl noch mach ich sofort gut habe ich schon mal tobias ich verzeihe erst weil die jungen bist aber lass das mal lassen wir den freudischen versprecher darüber sollte man keine wissen auch mein freien aufpassen dass man das mal gut sein das war ein freudsche versprecher das weißt du auch hat da mal nicht so drauf und bau das mal nicht aus das könnte unangenehm werden alles gut zu mir ist alles gut abfahrt jetzt noch tc auf drei machen aber erst auf 3 und 53 4 schön gefahren sind drin dann bin ich aber auch durch die hände wäre das vergeht das vergeht neun acht zündung an sechs die müsse an sein fünf vier drei zwei eins ich brauche mal danke kannst du noch das war testen mache ich sofort discord test habe jetzt zwar keinen stream offen aber jetzt noch mal jetzt hört ihr mich ja ne wunderbar ja danke euch bis auf den dreher leider eben und dann irgendwie keine ahnung was das neben war habe ich einfach festgesteckt ich weiß nicht was es war ich kam nicht vom fleck eben danke es macht auch einen heiden spaß also wirklich ultra geil tun jetzt zwar ein bisschen die hände weh aber ich denke mal das ist normal da gewinnt man sich noch dran fährt sich wunderbar das set up also wirklich vielleicht noch ein paar kleine kleinigkeiten würde ich noch einstellen eventuell bis zu den winkel vom lenkrad oder so aber das mache ich nach und nach dann alles das wird schon irgendwie klappen aber so ist richtig ultra geil und wie gesagt ich habe das gestern abend aufgebaut vielleicht gestern noch mal irgendwie zwei drei stunden irgendwie am abend ein bisschen gefahren getestet und dann halt eben gerade mehr hatte ich jetzt auch nicht trainiert mit dem setup komplett neue bremsen vorher hatte ich keine lotzeile gab nix und ich sage mal dafür war es doch ganz okay zumindest mein eindruck ich freue mich dass ihr spaß hatte dabei ich bin auf jeden fall gut durch hier danke danke ja ich meine man weiß ja ungefähr wie die physik im spiel agiert und so ein kram da kannst du dich schon gut rein finden klar habe ich jetzt halt eine feste bremse und vorher einfach nur eine feder hinten dran gab ohne gummi ohne gar nichts das ist halt schon mal ein riesen unterschied aber da gewöhnt man sich auch relativ schnell dran denke ich ja vergesst aber auch nicht ich hatte jetzt auch zwei drei vier grad kühler gab ne das macht auch noch mal ein bisschen was aus also sagen wir mal zwei grad kühler wo ich die beste zeit von mir gefahren bin war es auf jeden fall das sind vielleicht wirklich eins zwei zehntel ja aber ich bin auf jeden fall zufrieden bis auf den dreher aber gut passiert kann man nicht ändern aber ansonsten hat spaß gemacht nur mal zufrieden genau 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 ne naja es gibt schnellere noch als ich ne also auf jeden fall beim monster Ich bin wahrscheinlich schon einer der schnelleren, ja, aber es gibt deutlich schnellere noch als ich. Ne, der Magger hört mich nicht. Er hört nur die Ausgabe im Teamspeak aktuell. Das heißt, wenn ich jetzt mich umschalten würde auf Teamspeak, würde er mich hören. Und ihr hoffentlich mich auch. So ist der Plan zumindest. Doch, ich bin es mittlerweile gewohnt von Michel, deswegen, ja, ich muss mich ein bisschen schmunzeln, aber boah. Hm, der fällt auch gerade echt, ja, not bad. Ähm, was ich mir geholt habe, ich habe mir eine Simocube 2 Pro geholt mit einem Cube Controls Formula Pro, also das Lenkrad, und einmal noch die Heusingfeld-Sprint-Pedale. Na ja, ich sage es Ihnen heute nicht, denke ich dann. Ach, das Ding hier ist so fest, alles zugeschraubt und festgeschraubt, mir wackelt gar nichts, wenn ich hier rumreiße. Da brauche ich kein Wackeldackel. Der wird da auch nicht viel wackeln dann. Danke dir. Macht auf jeden Fall echt Laune mit dem Teil hier. Ähm, was mein nächstes Endurace ist, gute Frage. Es müsste, glaube ich, in zwei Wochen irgendwas sein. Ich schaue gerade mal nach. Und was noch drin sein könnte, jetzt von meiner Person ausgesehen, oder zumindest von meinen Zeiten her, ja, ich werde zu beurteilen jetzt. Ich würde mal sagen, ja, 3 bis 5 Zehntel bestimmt, wenn ich mich hier perfekt wohlfühle. Boah, ich schaue gerade mal, was als nächstes ansteht am Rennen. Als nächstes steht am 23.7. Imola an. Wie viele Stunden weiß ich jetzt gerade nicht, sehe ich leider hier nicht. Müsste ich mal im Discord später gucken. Aber auf jeden Fall am 23.7., also Freitag ist das Quali, ähm, Imola. Müsste mit dem Ferrari sein. Ähm, Schwatter, ich hatte diesen Alcantara-Aufsatz von Ferrari. Den kannst du ja auch so als Kitschern kaufen von Thrustmaster. Und das habe ich mir ja damals gebraucht von einem Kollegen abgekauft dann. Und ja. Also irgendwas Alcantara-Edition, wie es da hieß, keine Ahnung. T300 auf jeden Fall. Ja, dann sind es, ach, Schub, ne, Mola, okay. Ja, ist so, komm, Granda. Ja, krass, ne? Magga hat richtig Spuck, ey. Ah, schade, da wollte er zu viel. Ach, Mist. Schade, aber er ist drin, ist drin. Der hat meine Zeit drin, 100-prozentig. Der könnte sogar die hier vom Michel knacken. Musik. Herrschett, aufhören zu loben. Nicht gut. Nicht gut. Ja, ja, also auf jeden Fall. Vielleicht noch mit einem noch besser als ich, keine Ahnung was ich in Zukunft fahren werde. Aber aktuell ist er definitiv besser als ich. Ja. Und das auch, sag ich mal, schon ein Stück. Ja, ja, also auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, sowieso. Also da kommt auf jeden Fall noch was, wenn ich alles richtig hier, auch wenn ich mich daran gewöhnt habe und alles drum und dran, bin ich mir sicher, dass da noch ein bisschen was geht. Und vor allem jetzt Porsche, ich bin den einmal gefahren jetzt, bevor wir hier das Rennen jetzt gefahren sind. Also jetzt einmal auf Silverstone gefahren, eine Stunde vorher. Und das war's. Und das war's. Mehr Übungen hatte ich da jetzt auch nicht mit dem Porsche. Wenn ich mich da jetzt wirklich reingefuchst hätte und sage ich mal eine Woche Training hätte oder sowas, dann wäre das nochmal was ganz anderes geworden. Aber... Schauen wir mal. Ich grüße dich Mabix. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke. Der Andi, ja, ich meine den kleinen Support, ja. Das war bei. Also wie gesagt, ich habe das mir nie erträumt, irgendwie in naher Zukunft überhaupt irgendwie annähernd an solch ein Equipment zu kommen. Also da trotzdem nochmal, auch wenn ich schon 20 Mal gesagt habe, über Twitter und auch in anderen Streams schon, vielen Dank nochmal an alle, dass ihr mir das irgendwie möglich gemacht habt und ja, ich bin einfach super happy. BMW bin ich schon gefahren, ja. Aber, ja, ja, ne, joa. Hartfisch, ne, ich glaube nicht, ne, ne, ne. Nichts ist der Rede wert. Siggi. Mein Lieblingsauto. Also wenn wir jetzt das auf ACC beziehen, würde ich fast sagen der AMG. Ja. Oh, AMG würde ich nehmen, ja, definitiv. Das ist so mein aktuelles Lieblingsauto. Aber kann sich natürlich auch nochmal ändern irgendwann, ne. Ich fahre den leider aktuell nicht so viel. Und real life, wenn man es auf real life bezieht, gute Frage. Da ich aktuell auch kein Auto selber besitze. Boah, aber so mein wirklich Lieblingsauto, was ich jetzt so gerne privat fahren würde, wäre irgendwie so ein schöner alter Mercedes. Ja. Ja. Ja, doch so ein schöner alter Mercedes, doch. Muss nichts Neues sein, ohne viel Schnickschnack. Aber gepflegt. Zum Beispiel ein SL 300. Ja, das wäre schon, ja doch. Das wäre schon was Feines. Guten Abend, die Damen. Hallo. Nur wegst du einmal. Bitte? Ich habe den Bock einmal weggefimmelt. Ja, okay. Das ist schlimm. Das ist immer auf Platz 10. Genau. Mit einem Vorsprung von 20 Sekunden. Genau. Dann hat es uns back. Unsere Kanalpunkte sind safe. Wolltchen für den Back? Ähm, ich habe mich rausgedreht, wollte wieder losfahren und die Reifen einfach im Stand haben die ganze Zeit durchgedreht. Bin vom Gas wieder drauf, durchgedreht, durchgedreht, ging nichts mehr. Muss ich einmal neutral schalten, wie der ersten, dann ging es wieder. Ich kam nicht vom Fleck einfach, keine Ahnung was das war. Ja, ich habe gerade noch gelesen, der größte Unterschied zwischen dem alten und jetzigen Setup. Also ich würde einfach mal sagen, generell das Feedback und einfach die krasse Bremse. Also das ist halt wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auch wenn ich mich noch nicht hundertprozentig daran gewöhnt habe, ne. Aber holy moly. Das sind schon Welten. Hm, ich sehe das schon Flo. Stark was Dizzy fährt. Naja das ist ja. Übertrieben. Mh, übertrieben. Orange scheint sein Auto zu sein. Cut. Der war eben beinahe in der 9.59 vorgefahren, hat es in der letzten Kurve rausgeworfen. War knapp. Wir haben jetzt halt bloß den fp8 können wir noch aufholen, Schalm wird schwer denke ich mal, also wenn du fährst definitiv nachher nochmal, wir müssen mal gucken, von Gas, von Gas, nein, ja doch, könnte reichen. Du bist jetzt wieder da, oder? Erstmal die nächsten 10 Minuten. Na ja. Gut, dann geh ich grad mal schnell duschen. Bis gleich. Bis dann. Also wenn sich nach meinem Stint nichts geändert hat, müssten wir zwei haben. Das war jaoch. Danke für dein Follower. Danke. 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 Danke für dein Fким. Untertitelung. BR 2018 alex oder nichts da würde ich mich auch gerne sehen aber da müsste man jemanden finden da hätten wir wahrscheinlich also ich zumindest ein gewichtsproblem ja es kommt halt das gewicht und wagen schulzen was du wiegst ein bisschen zu schwer seitdem ich lisa kenne habe ich 20 kilo zugenommen in den sieben jahren 8 genau herrschlechter rando rüstig panguin so gut der porsche ist in manchen strecken haben schnitten wirklich gut das stimmt ja die kocht halt unheimlich gut das schmeckt halt echt lecker ja das glaube ich auch alex aber wie gesagt im gokarts merkst du halt übelst wir haben nur nicht so viel leistung steht das beim kumpel der wiegt halt keine ahnung 25 30 kilo weniger als ich als ich und bei einem neuen ps park merkst du das halt schon okay für ziel erkannt würde ich sagen na heim weglassen der bringt noch mal ein kilo ich weiß gar nicht meinen helden wie club 1,1 kilo oder so dass ich fürs motorrad habe ja der ist relativ doch das stimmt also der ist relativ dünn ja mit neberg machst du dich nicht für dich fit meine ich der stuhl sind welche strecken kennst du denn also ich kenne jetzt nicht allzu viele das leben bin ich gefahren dann in erfahrt armen stadt aber das ist eine kleine strecke dann haben wir ihre klima haben wir noch sachsen 30 guckabahn haben wir noch da habe ich sogar noch ein pokal leben stehen von der sachs racing ja aber du kannst glaube ich auch die karts keine 30 kilo packen ich glaube das ging nicht die gewichte waren nicht so viel 30 kilo ist schon eine menge ja so wo soll ich denn hinfahren ich bin mal renn card gefahren einfach zu schwer 74 kilo kann ich mir bald gar nicht vorstellen na ich habe ein richtiges fahrrad patrick also ein e-bike ist ja unrichtiges fahrrad aber halt elektro unterstützung ja da wiegst du fast dasselbe wie ist shadow base ich habe einen fk spurtsitz also ich wiegt auch fünf kilo weniger aber ich bin aber auch nicht breit das muss ich ohne dazu sagen also ist jetzt nicht so dass ich übelst fett bin das ist nicht der fall ja gut erfurt ist ja halt schon 150 kilometer weg also so ist es nicht grüßte schocker bleibt also bei uns jetzt hier mal kleber gibt die ecke beziehungsweise ist das dölzig das ist so so westlich von leipzig da gibt es eine schöne kartbahn weil sachs racing die ist richtig gut also darf gefällt mir erstellen fall auch richtig geil das hast du auch halten erhalten eine brücke wo du unten drunter durchfährst richtig nice erzter vor grüße gehen zurück wirst du staniel nee ich komme nicht aus mal kleberg also das muss ich auch noch festhalten mal kleberg ist noch ein bisschen weiter nördlich wenn du ins court season also ohne scheiß also kart fahren ist zehnmal anstrengender als hier am rick sitzen weil dann hast du beim kart fahren hast du halt gefühlt 100 prozent vor das feedback mit dem simo q das stimmt also die die sacks racing strecke ist schon eine richtig geile kartstrecke das muss man wirklich sagen also wer da mal hier in der ecke von leipzig ist fahrt man auch 30 sacks racing die strecke guckt euch die wirklich an es könnte sein schließen korrekt dann form also wird dann näher das sind fünf kilometer und fünf kilometer bis abonnen ja das vielleicht nicht aber die tun die hände dann halt mega weh es ist jetzt nicht so dass ich dort mega schwitze oder irgendwas aber wir tun die hände halt weh ja sonik da komme ich her er stellt aber jetzt wie gesagt wenn du günstigen sitz haben möchtest dann kann ich dir die fk spurze zu empfehlen also den habe ich zumindest ob dir dann ob der ob der dir dann was taugt ist die andere sache ja wohl hat ja gekappt das ist ja schon so eine ohne und so eine kleinstadt mini stadt würde ich jetzt sagen ich komme nicht aus borna noch mal warum aus dem umkreis rimo karte ich habe das schon mal gehört ich kann das aber gar nicht zuordnen bringt nach dreimal 15 minuten sind eine pommes ärmischen durch ok richtig gute art borna hotels 20 ist gar nicht bei meiner freundin auf arbeit die haben noch eine hotellerie so nämlich jetzt einfach mal ja wenn ihr sowas macht ja da würde ich auch mal mitfahren da wäre ich dabei also ferns mich nicht kurz zu ferns mich nichts kostet dazu sagt ja hotel drei rosen stimmt ja genau das stimmt da war ich aber noch nicht drin das kann ich nicht sagen das ist halt alles noch so ein bisschen ja östlich will ich mal sagen das ist jetzt halt nicht so und so ein absolut geiles hotel ist halt alles schon ein bisschen älter zu viel pro nase für zwölf stunden das geht da bin ich dabei also bekommen wir die 50 euro oder was dort mitfahren oder wie aber ohne spaß 50 g also wenn da mal wieder so was ist natürlich mit mit dabei sein wobei mir die kartstrecke in klima die finde ich nicht so geil aber die haben glaube ich haben die jetzt nicht die indoor bahn sogar neu asphaltiert und das layout geändert ja klima hat eine kopfbahn die ist im industriegebiet aber das ist das ich finde die nicht so geil das ist nicht meins die kopfbahn aber fahren aber da finde stellt sich zehnmal besser macht die deutlich mehr spaß jetzt hast du sie sie das weiter so groß ist nice stolz auf dich bei der wahn aber das ist überhaupt gehört warum ist loben oh mein gott ja da war ich ja nicht da wusste ja nicht dass man ihn nicht loben dürfen das sage ich ihm jetzt mal erfährt absolute scheiße zusammen oder was ja weitgeistig darf nicht mit dem motorrad drauf müsste ich mir erst mal eine originale abgasanlage zulegen ich denke mal in einer stunde anderthalb stunde schätze ich was zahlen mir für zehn minuten gott 15 euro 20 euro schmaler nicht mehr kapfen kann ich also jetzt nicht nichts genaues darüber sagen was mir da bezahlen es gibt master das geht ganz einfach darum wenn du auf der rennstrecke wie zum beispiel sachs und regen möchte ist dann schreiben die die regeln dort vor dass das motorrad entschuldigung mit einer originalen abgasanlage ausgerüstet sein muss das ist das problem die kurs lautness ist nicht auf allen strecken so aber auf dem sachsen regen ist es definitiv so dass sie da sagen hier jungs keine zubehör abgasanlagen selbst beim mein kumpel der in anführungszeichen originale abgasanlage dran hat der hat ja joshimura auspuff er darf da nicht drauf sind auch verboten er müsste sich halt dann diesen titanium auspuff organisieren oder dran basteln das weiß ich sie master das glaube ich fast nicht christopher dass das für vier radbetrieb zählt ich habe mir so so gebrüder der gsx r 1000 ja aber es ist master ich habe noch eine k5 zu 60 k6 ist ja dasselbe also für mehr als leider nicht gereicht aber ich denke mal die kann mit den aktuellen modellen was 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 geschwindigkeit angeht doch ganz gut mithalten selbst hier staubel sogar die ktms mussten zum 24er mussten die auch eine bearbeitete abgasanlage fahren weil die zu laut waren ach so das war alles klar ja die k5 die habe ich aber jetzt schon wann habe ich mir die gekauft 2015 habe ich mir die kauft da in dem jahr habe ich auch meinen führerschein gemacht 2015 also sechs jahre habe ich sie jetzt ja aber 14 euro zehn minuten ist halt auch viel klar in dem was ist viel viel sei ich auch nicht die will die leute wollen was verdienen du nutzt das kart ab und du verbrauch spritt es geht eigentlich schon klar weil es kalt ist los deswegen das war aber wirklich so clemens na also pass auf ich hatte das schon mal ins stream erzählt ich wollte eigentlich nie ein motorrad haben nicht ein da habe ich nie in gedanken dran verschwendet ja eines tages hatte ich feierabend bin von arbeit heim gefahren und stand an der ampel dann stand so eine gsxr neben mir so eine k6 und dann war es einfach zu spät ja dachte ich ja eigentlich ist das schon geil dachte ich mir wo ich da meinem auto saß und ja bin dann nach hause gefahren bis ende vom lied war dass ich zwei oder drei wochen später hatte ich das motorrad in der garage stehen die habe ich mir glaube ich im juli gekauft bin dann in der zeit schon zum zum fahrlehrer gegangen ich habe gesagt hier ich möchte im führerschein machen hast du denn schon eine mobil führerschein ich sage nee oder mann ich bin doch nie moped gefahren und ich möchte jetzt bitte den motorrad führerschein machen also wenn es geht gleich offen weil ich bin ja schon 27 dachte so ja okay kann man dann habe ich den führerschein gehabt hatte das motorrad dann halt noch zwei drei monate dastehen ab das april bis oktober habe ich es angemeldet und bin dann im oktober noch ich glaube drei oder vier tage mit dem ding gefahren und dann stand halt da dann konnte ich halt nur drei tage fahren und das war's ja aber ich habe es überlebt also der erste komplette saison habe ich halt 6.000 immer vorne links 0 3 drauf machen willst du dir das nicht bis zum ende merken und sie ist eine frage er das ding ist weil ich habe jetzt medium sprit und kann das so einigermaßen hoch rechnen ok also 0 3 ja 0 3 vorne rechts vorne rechts 0 7 hinten links moment du willst jetzt von rechts 0,7 mehr haben ja ich habe 26 jahr gerade ja hinten 0 2 raus und hinten rechts genau dasselbe wie vorne links also 0 7 drauf ich weiß auch nicht wo das hier kommt ist es wäre die wild 0 7 drauf das wäre aber von der rechts willst du willst du 0 7 mehr drauf hast du gerade gesagt genau und hinten rechts auch hinten rechts ok ok du kannst dich auch gerne noch mal im stream vergewissern da siehst du meine reifendrücke gucken wir uns gleich nochmal an naja ich wollte es nur gesagt haben gibt ihr mal ein bisschen mühe bis dann du kannst mich auch am arsch wecken jetzt habe ich nicht gelobt ist immer noch nicht richtig roten wolf tut mir leid für dich ja das ist bitter 30 jahre fahren und dann nicht mehr fahren können auch scheiße immer das dann wirklich lebt da fühle ich ein bisschen mit ihr mann so ich muss jetzt erst mal schnell den stream von die sie an machen wechsel ja offizielle boris die sie einfach 1700 zuschauer also die luft drücke wenn ich dir zu sehen was redet er denn für zeug die sind wir gar nicht so schlecht aus hinten rechts ein bisschen scheiße das stimmt ob vorne rechts würde schon nicht 07 mehr drauf machen wo will er denn hin hinten würde ich sogar fast ein psi hochgehen hinten würde ich sogar fast ein psi hoch gehen da würde ich die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich lese gleich den Chat weiter. Ja, ja, ich weiß schon, wie das mit DC ist. Alles gut. So. Da hat er hinten rechts 28.0. Hat er nicht vor uns gesagt, seine Luftdrücke hauen immer hin. Das verwirrt mich jetzt etwas. Wilde These. Thanks, sir. Untertitelung des ZDF, 2020 Soll ich noch mal fragen? Ja, Goldstar, ich habe mir hinten noch mal ein PSI mehr drauf gegeben. Also 0,1 PSI. Muss man dann sehen, ob er damit zufrieden ist. Hoffentlich beißt er mir dann nicht den Kopf ab. Die Luftdrücke am Anfang ein bisschen zu hoch ist. Ich meine, ich bin schon gefahren. Zwei Stunden. Meine Sonne. Grüß dich, Kapo. Ja, ich habe hinten mal noch 0,2 rausgenommen, weil dort fährt er ja mit 28 rum. Obwohl, komm, wir machen das wirklich so, wie er das gesagt hat, weil dann bin ich nicht dran schuld, wenn es nicht passt. So, hinten rechts mal da 0,7. Von der rechts auch 0,7. Was hat er von der links gesagt? 0,4. So, gut, komm, wir machen das so, wie er... Nee, ich entziehe mich der Verantwortung. Nee, 0,7 hat er gesagt, nicht 0,8. Ich würde auch eher 0,9 machen, aber er hat 0,7 gesagt. Also, du hast jetzt hinten rechts 26, 6 mitunter gehabt. Willst du da nicht 0,9 drauf haben? Ja. Okay. Ich würde ja auch noch kälter. Ich habe das ja auch nur zu dem Zeitpunkt durchgegeben. Ja, ich denke, er ist besser. Wenn man da nochmal nachfährt. Von der rechts 0,3. Ja, ihr... Ihr verwirrt mich, Jungs. Da habe ich 0,4 jetzt draufgegeben. Da kriegt ihr 0,4 drauf. Ende der Geschichte. Plus jetzt. Das kommt hier mal gar nicht rum. Denk dran, das ist das volle Auto. Das ist das volle Auto abnimmt und der durch die Reifen hoch runtergeht, ne? Wenn du da jetzt rechnest. Das ist ja das, was wir da vor uns gesagt haben. Ja, ich sage es nur. Es gibt auch Menschen in unserem Team, Vincent, die wissen das nicht. Nee, wir lassen hinten mal die 0,2 drauf. Weil es wird ja auch noch ein bisschen kälter. Ja, so habe ich das ungefähr. Der vorne rechts habe ich glaube, ich habe schon 0,9 draufgegeben. Oder hinten rechts. Das Problem an der Sache ist halt, man muss am Ende die Luftdrücke machen. Am Ende des Dins nicht mittendrin. Weil da kommst du durcheinander. Michel. Vieler bitte. Ich gehe da nicht so viel mit dem Chat rum. Guck dir die Zahlen auf meinem fucking Bildschirm an. Rechne plus, minus, sodass wir sagen... Ich habe alles schon fertig. Okay, gut. Das sieht so aus, als wenn du dann auch ewig mit Chat diskutierst. Nee, nee, alles gut. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Danke. Hör auf, Mann. Der denkt wirklich, wir diskutieren noch. Weil die sie einfach schneller als Winz wild. Grüß dich, Holla, die Waldfee. Kane habe ich nicht heute schon begrüßt. Wir haben Reibdruck studiert. Ja, ja, ich sag's schon. Also Porsche. Porsche geht gut. Bei ihm. Wirklich nicht langsam. Der Porsche. Ich denke, das wird sein neues Mainauto. Genau. Da mache ich immer einfach mal richtige Crab Luftdrücke. Also, die sie vorderrechts 99.25 hinten rechts 25.1 von links 30.0 Äh, Capi ist ja gut. Also, bin 200 Kilometer am Stück gefahren. Ohne große Probleme. Jetzt hat er ein Blüster auch schwer. Das ist ja auch schon wieder. 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 Wie das ist interessant, was ihr hier macht, Leute. Wilde Aktion von BMW. Wilde Aktion. only Cent Mode. Hm. Uh. 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 Whoop. Um. udd yapıyorsun. Was hattest du für eine? ja gibt es für deine also kannst du bestellen passt auch für deine du müsstest dann bloß mal gucken was du für eine gabel hast aber ich glaube du hast also so wie es jetzt hier steht sollte das der 45er sein ja jeder gabeldurchmesser richtig ja wir schließen wir auf den honda auf ich glaube nicht aber du kannst warte mal du musst das nicht direkt bei abm kaufen kann jetzt mal kurz ruckeln ich muss wahrscheinlich gucken genau du bestellst sie bitte hier aber jetzt wird schon mal gucken nicht dass die falsche homepage rausgesucht habt so jetzt wird schon mal gucken dass jetzt der richtige link war ja dort bestellte genau da bekommst du dann für den preis glaube ich sogar noch lenker hinten dazu also je nachdem ob jetzt bei der motor und welche verbaut sind oder nicht aber wenn du handwerklich nicht selber begabt bist also ich weiß es jetzt nicht lasse von der werkstatt einbauen das ist echt geil ich habe relativ lange gebraucht d platz 3 aber wir hatten am anfang dreher ich sage mal noch stunde also restzeit anderthalb stunden bleiben da glaube ich noch übrig wie lange hast du jetzt noch ich würde mal sagen zwei runden drei also resten zeit reicht schon neun minuten habe ich ja dann hast du noch vier runden also ich beschließt das jetzt einfach mal so wie dem geist wo ich meine stube her rockstar ja ich würde gerne noch mal fahren habe irgendwie bock ja kapo wie gesagt dass das mit den zügen ist jetzt vielleicht nicht mal das problem aber das ausrichten das braucht ewig zeit so kanalpunkte momentan weg ja bei einer super sportler schwer kabo weil du bist durch tank und scheibe limitiert was die ausrichtung angeht unter der reine auf 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 wie die mensch jetzt war ich nicht mehr schmeiß feierabend macht's gut leute ich liebe euch macht gut wie die danke für 25 man auf damit dankeschön mein lieber vielen 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 dank kannst du mir die reifenbrücke durchgehen bitte aber nicht ja kann ich mal du kannst auch jetzt schon einfach ja ich denke mal ich werde noch eine runde fahren also muss ich wie gesagt du musst nicht du kannst du auch jetzt schon reinkommen der trotz ist eh gelutscht welcher tropft ja ich meine jetzt mit dem boxenstops was hast du ja wir können jetzt nichts mehr verlieren nichts mehr gewinnen in der box müssen wir sowieso noch dreimal ja denke mal die reifenbrücke her 26 9 ja 28 0 28 0 habe ich 26 5 was hast du gesagt 26 0 26 5 ja habe ich 27 also 26 9 28 0 26 5 27 ja habe ich dabei ah so wenn da muss man alle mitnehmen so dass sie also ich glaube es hat ja jetzt jeder den körper mitgenommen da muss ich halt auch was habe ich ach so jahre haben schon quali schon oft mitgenommen ja da war das set aber auch ein anderes ja bei ihm stand so da bei mir war es schon weg ventilator ist schon an die ganze zeit kleine info hinter dir ist platz eins und platz drei bitte attention falls sie kommen ja wie die müssen wir gucken ich wollte das schon öfters mal machen aber das hat sich zeitentechnisch bei mir nicht ergeben haben schon halt viele nachgefragt ich weiß aber jetzt nicht ob ich so der gute lehrer sind der top 5 ist nicht mehr drin liegen halt fast eine runde zurück was top 5 angeht das denke mal maximum wäre p7 wird halt die frage guckt mal wir haben jetzt die sie fährt jetzt wann ist herausgefahren bei 37 der fährt jetzt eine stunde da hätten wir eine stunde 30 minuten entweder machen wir zwei stints 45 minuten mit reifen wechseln oder man sagt man fährt die anderthalb stunde mit einem satz reifen durch wir haben einen den fahrer sind wir sind da bist du dann sehen ich denke mal jetzt gleich wieder vor platz 3 da ist platz 2 und hat deswegen sage ich ja es müsste so eine stunde 34 sein ich weiß halt nicht ob wir uns das antun waren anderthalb stunde mit reifen beim porsche zu fahren es geht denke ich mal jetzt leider die reifen nicht angucken das ist das problem das wäre geil wenn ich jetzt hier hingehen könnte zurück in die garage und hier mal eine box menü rum um plattern könnte und gucken könnte wie die reifen abgefahren sind da oben im spiegel seht ihr die gesamtzeit links was auch übrig ist gibt es einfach überall daran kommt denn stefan du wieder hier es gibt es da gar nicht da war doch jetzt nicht fast 58er raushauen hier hatte sie noch zwei minuten also doch wünschen wir noch für sakara oder was wir haben brüttchen noch gegessen hat dieses karte 59 3 gefahren richting stadt bis plötzlich ob die gekattet war die runde bergermeister er hat es nicht gehört beruhige dich so irgendwas passiert für stück war ja er hat sich gedreht erste kurve körper abgelegt also wie ist ja womöglich eigentlich bloß noch ich nur noch du jetzt ja ja da ist aber auch scheiße wenn du den wirklich einfach zu eng nimmst was natürlich auch dazu verleitet mit den die kurve zu nehmen so wenn der tank leer ist geht's das müssen ich vollen tank machen ich hatte ich weiß gar nicht doch das war glaube ich kurz nach dem boxen stop oder ne doch 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 kurz nach dem boxen so war das wenn du da zu weit rechts kommst setzt du halt dort auf und da ja wenn da wenn das auto nicht so voll ist dann ja audio sucht die sky power toys oder richtig nice ich bin eigentlich der plan jetzt mit später fest zu noch mal dann oder schon gerne mal fahren ja ja weil ich würde gerne meine kanalpunkte behalten also dreizeit sind das schon doch mit gedreht haben ja ok 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 naja jetzt noch nicht boxen boxen stop bereinigt also alles was vor zwei stunden zehn minuten rein kommt und wir einholen ist dann boxen stop bereinigt ja kannst halt noch vieles zusätzlich machen bei windows power toys das ist schon richtig nice bin auch bloß durch zufall drauf gestoßen was für ein ding windows power toys hat mehrere funktionen zum beispiel du kennst du das bei windows 10 dass du jetzt ein fenster anklicken kannst das tust du dann an linken rand und da wird das halt der hälfte vom bildschirm ja so da kannst du so oben links unten rechts oben rechts und links in die ecken drücken dann geht es halt bloß in der ecke mit dem power toys kannst du diese felder und die größe selber bestimmen okay das ist bloß eine funktion davon das kann noch mehr müsste man musste mal video bei youtube angucken ich war ja ja doch wenn du ich nutzt das schon wort das naja nie wird geblinkt und er hat dann darauf reagiert dazu gemeint ich lasse ich nicht vorbei da ist ja aber nicht dann hier komplett müde auto fahren das bringt dich auch nicht weiter wenn dann irgendwas passiert mein guter nehmen wir jetzt bis nächste woche ist noch viel zeit bleibt hier am ball da ich nur hoffe ich glaube jetzt natürlich ja klar das ist richtig eklische manche kurven vor allem beim porsche hier ja ganz extrem deswegen du hast bestimmte öfters gesehen dass ich öfters mal eher vom gas gegangen bin dann fährst du einfach eine komplett andere linie als die du sonst immer fährst und nutzt diese 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 power die dabei raus beschuldigen hat dabei kollektiv das ist also bei windows das war offiziell sogar von windows power toys google musst du googeln ich glaube das ganze bei chip runter laden der bw muss klein die box ich glaube denn den seine reifen sind in der fritten die war jetzt schon an der box ein paar runden näher reingeholt mehr fahrzeit für mich das war doch klar ich wusste das so ein arschloch weiter also der bmw vor uns muss man einmal mehr an die box als wir er muss nochmals plaschen dash machen der bmw muss noch dreimal an die box weil die können aufgrund der stint zeit länge keine zwei stunden 24 durchfahren genau noch zweimal also wie gesagt alles was vor zwei stunden zehn minuten in die box fährt haben wir sicher in der tasche also das was mir wohl weil die einmal mehr an die box müssen als wir die 158er war da jetzt nicht mehr schaffen die chefs den ersten 56 runden aber dann aber offline ist schneller gewesen da stefan bitte auch klein ist schneller gewesen oder ein bisschen würde ich sagen ja vielleicht ein zwei zentel ja so war es ja bei mir also vier zehntel waren es bei mir aber ich denke du gleich schwer ist dann viel kühler alles und steckt man da geht auf jeden fall eine 58 vier bestunden bei dem zum übergucken weil das problem ist dass die rechten reifen kalt werden die kommen nicht mehr auf temperatur setzte big problem so aber du bist jetzt wieder da ich jetzt geht es noch mal rein rauchen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Michael Ja, ich bin da. Wer fährt denn jetzt den letzten Stint? Michael Okay, gut. 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 Okay. Okay, gut. 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 Okay. Okay, gut. Okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Okay. Okay, gut. Okay, gut. abgeflogen ist ja ja die fahrt wahrscheinlich wenig über den abend zusammen ja natürlich ist der 99 gar nicht schlecht aber die neuen reisen cpu sind halt schon noch mal eine ganze ecke besser deswegen frage ich mich wieder manche 120 fps haben wollen und dann auch noch in 1440 p und das mit 30 70 ich weiß nicht also allein auf der strecke ja da gehe ich mit aber sobald du hier mit mehreren autos niedriger sonne glaube ich die cpu dann wieder damit ich habe da hast du dann die grafik aber bei mir so wenn ich jetzt hier alles ohne fps begrenzung habe und sonne kann ich sage ich mal ohne autos die grafikkarte voll ausreizen da habe ich schon irgendwie 200 fps sobald ein paar autos auf der strecke sind dann bin ich nur noch irgendwie bei 100 oder 110 111 und da pendelt sich da meistens zu einem stand dann auch je nachdem wie viele autos gerade in der nähe sind immerhin herrne das ist aber nicht die grafikkarte dann sehe ich ja ich habe ja oben die skala da steht dann irgendwie 60 prozent oder so was dann auslastung und meine cpu ist dann auch zwar bei 20 30 prozent nur aber ich gehe einfach davon aus dass sie vom thread her einfach voll ist ja maurice aber aber allein auf der strecke also ich kann mir nicht vorstellen dass du das hast wenn du eine voll bestückte strecke hast mit niedriger sonne dass das schafft kein pc 200 fps niemals zumindest nicht auf sehr hohen einstellungen ich glaube ich auch weniger also konstant 120 fps ich denke da brauchst du eine 30 90 und 5800 oder 9 oder nichts wir haben wir mit der genau mit der cpu könnte das funktionieren ich habe jetzt den 3900 x und da mehr geschaltet sobald mehr auf der strecke los ist brechen die halt ein und das liegt nicht an der grafikkarte weil die hat noch luft nach oben ich kann ja mal hier meine settings zeigen also ich habe dass die frames auf 65 gelockt jetzt würden wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich so um die 90 haben und dann habe ich halt hier die einstellung bei den ganzen bums hier blumenqualität etc volumen volumetrische nebel alles aus pfeffer doch kein mensch hat volumetrische nebel sieht zwar geil aus aber es frisst unheimlich viele performance gott ich bin so gefickt ach so ja das ist ja bloß einmal 14 40 ja okay obwohl das ist halt auch fast wie zweimal full hd erst schon wild die grafik hatten aber immer noch so knapp zu bekommen die bekommst du jetzt schon zwar noch nicht zu zu vp preisen aber sie werden günstiger immerhin gut bei mir kommt dann halt noch das streaming dazu ich habe ja single pc und das ziemlich halt auch mit der cpu das frist halt ungefähr noch mal so 10 10 prozent würde ich sagen ja aber rechnen jetzt mal 14 40 p und dann rechnen sie zweimal full hd so groß ist ja unterschiedlich also wir haben jetzt praktisch 2560 x 1440 da sind wir bei 3,6 millionen bildpunkten jetzt rechnen mal 3840 x 1080 da sind wir halt bei 4,1 also so riesengroß ist der unterschiedlich ja wir reden hier von zweimal 1080 p das darf man nicht vergessen der hat 120 aber selbst wenn du die 120 fps nicht erreicht das bild ist trotzdem flüssiger also ich kann es mir auch einbilden aber ich bin der meinung ist trotzdem flüssiger das bild als wenn du mit einem 60 hz monitor fährst ja auf jeden fall auf jeden fall alles über 60 hz merkst du also alles über 60 fps dann so wie weit ist denn jetzt platz 16 sekunden platz 10 also platz 11 ist definitiv boxe stopperein ist schütt ja 32 zoll zum normalen zocken ist halt so groß bin ja ich habe ja ein stehen ich bin damit voll zufrieden und ja ich finde es zu groß also ich habe mir jetzt ich habe mein bank xl 27 20 z jetzt rausgehauen und habe mir den m 27 von gigabyte holt der hat 175 herz das ist jetzt nicht der absolute op herz monitor aber er hat halten ips panel mit einer millisekunde reaktionszeit und ips panel was das an farben bringt das ist so unnormal geil also der unterschied der war so extrem ist das was ich glaube ich hatte war entweder tn oder v a panel ich bin mir jetzt gar nicht sicher aber wenn du ein ips panel hast willst du nichts mehr anderes haben ja gut o led klar aber ich weiß jetzt nicht gibt es da schon gaming monitore mit o led technik ich glaube nicht oder gut da spielst du halt nur helle spiele ich fühlte mich gerade als wirklich scheiß t-rex verfolgt welchen scheiß kleines püken bin arbeitsspeicher macht beiden fps auch was aus das wissen viele nicht das ist zwar von spiel zu spiel unterschiedlich auch bloß mal um beispiel zu nennen du hast jetzt du kaufst die absoluten operern ja der was weiß ich 4200 megahertz macht ja und lässt den gegenden ram antreten der nur 3400 megahertz hat da wirst du feststellen dass der ram mit 3400 megahertz mit niedrigeren timings schneller ist als der mit 4200 megahertz exakt also ich glaube der 3400 oder 3006 und ich bin mit sich ganz sicher aber einer von den beiden ist so das wie sweet spot momentan bei gdw also bei ddr4 3600 megahertz ist so der sweet spot ja ich habe auch 49 zoll samsung ich habe ja noch einen zweiten pc und auf dem zocker schalt cod et cetera und da habe ich mir den m 27 google grego shooter halt das macht einen unterschied tpa das kann bis zu 10 15 fps ausmachen der ram ja ja weil in dem pc ursprünglich 2 20 80 dies drin waren den ich jetzt hier stehen habe ich weiß nicht warte mal ich kann ja mal schnell gucken ob ich euch mal zeigen kann und das mal seht da gibt es jetzt nicht viel zu sehen moment was denn ist die fucking maus meine maus ist weg aus hier ist ja doch hier geht's ich versuche das mal einzufangen hoffe das geht ja das ist hier momentan mein rechner das sieht mal ein bisschen blöd da ist jetzt nichts besonderes wo man das mal wieder so hinzustellen wie es vorher war die das lichter und nicht zu helfen deswegen nicht oder so ich habe den pc so gekauft der hatte die eine 20 80 die ausgebaut gehabt da hat er halt die soft jubes so hingemacht ja das wilde ist der pc kriege ich nie mehr los also du kriegst du auch kein anderes gehäuse dafür weil das sind 480er radiatoren einer einer für die cpu und einer für die gpu gibt halt fast kein gehäuse dass das die dinge aufnimmt naja ich habe hier das mmx 300 dass das von bayern mx das heißt größe 35 die für 650 euro kommen alter oder warum nein also wie gesagt in pc hatte ich mir anfang des jahres hatte ich mir den gekauft gab gebraucht kauf kaum neue sachen und ich habe mir in anführungszeichen relativ günstig bekommen zu dem zeitpunkt die zweite 20 80 die dort drin war war kaputt deswegen hat es ausgebaut ihr hatte einen fehler aber da haben einfach einen neuen ram drauf gelötet und die gehen jetzt halt wieder die schlummer die zeit in meinem anderen rechner ja also ich persönlich finde das angenehmer mit einem monitor triple screen macht halt mitunter ein bisschen probleme außerdem war die abwärme extrem ja wie gesagt die wasserkühlung die ist schon ganz nice aber kostet auch ein schweinegeld der hatte mir mal denn der hatte mir den neupreis gesagt von dem pc dass man bald die fresse eingeschlafen der hat mal 8000 euro kostet der pc er hat sich das alles gekauft wo der ganze bums neu herauskamen ja wie gesagt es ist halt auch wieder dass das lian lief das ist halt wieder so ein gehäuse das ist unbezahlbar das 49 zoll nickel ja was echt jetzt okay ja also die die ich gefunden habe waren alle teuer ja ist schon richtig erzdampfer deswegen selbst das mainboard war glaube ich damals schweine teuer das kam auch um die 400 euro ja mainboards sind teuer wenn du jetzt richtig richtig krasse op hardware kaufen willst ach soja wie viel restzeit hast du jetzt noch 24 ok warum möchte ja dann mal luftdrücke rausfahren 16 16 ok also wir werden jetzt mal vom server gehen grad wie was rede ich stefan kannst du mir mal uhr zeit noch mal sagen moment 10 uhr also du bist so gegen 11 uhr fahren also 23 uhr ja ja gut ich dachte die von lian ließen immer schweine teuer und ich habe da mal geguckt gab weil mir das gehäuse was ich habe mir gefällt das nicht also ich hätte jetzt hier 15 15 gut ist ja gut ist eigentlich auch 16 16 ok ja muss ich mir dann mal muss ich mir dann mal angucken also wir brauchen glaube ich das set up das passt sie übernehme ich einfach mal die drücke von zentren 26 27 24 25 26 8 so und da haben jetzt einfach mal noch 33 man sollte das fast passen eigentlich muss spiel erfahren ich kann ja dann am ende noch mal so einen kleinen sprint sind hinlegen mit einer halben stunde ja wie gesagt die die gehäuse mit die zweimal 480 radiatoren aufnehmen konnten und 50er da gibt es halt nicht so viele und ich habe hier dieses entus pro oder wie das ding ist rein optisch gefällt mir das eigentlich nicht ja auch fentex da ist noch so und so und so und so und so ein batch dran das ding wurde ja von case king gebaut da hat ja roman seine hände im spiel gehabt bei dem pc so wenn euch roman was sagt das ist der beschissende zeitpunkt ich habe dich echt lieber bei pc jura ich hab dich lieb du bist meine engel naja da war da irgendwie mit dran beteiligt an der pc aber ja ursprünglich dieser 8700 k den da hier wo man geköpft hat jetzt hat er alles jungs piste einfach mal leid ich frau mein fucking leben hinter mir ist der perfekte t-rex und will mich aufessen ich bin richtig hart am limit ich will den platz halt nicht aufgeben aber ich muss gegen den typen also das wirklich der fans alter der jagt mir die scheiße aus dem körper sage ich euch ich schwitze ein verrückter denke das ist ein bentley was habe ich denn gesagt halt die schnauze mit deinem dämlichen wetz nur arsch alter wirklich jetzt halt die fresse jetzt hab dich lieb man jetzt nicht auf sagt wie ich schwitz wirklich wie ein schwein dass ich das nicht auf die kette kriege tschuldigung wir haben nicht so gemein alles gut alles gut wir haben alle gedacht von ganz schön dunkel die nacht muss ich sagen ich habe recht statt die welt irgendwie scheint hier silvers sohn ausleuchtung sein vater zu sein nämlich null ich höre ihn schon wieder ich höre ihn schon wieder krieg schon wieder gefühle schüttelt schon wieder alles den bänden oder den bändley also jetzt wirklich dass mich in ruhe mich ich will das ding nach hause fahren also bitte 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 keine bescheuerten bitte das schon mal fragen wie weit der hund da noch weg ist der holt aber auch nur zwölf sekunden noch oder zwölf sekunden so 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 wir hatten einfach mal bock also ich aber ich muss sagen der macht ich glaube der porsche ja ja die sau irgendwie nur halt sage ich meine dirty er kommt zu den kurven manchmal rum als hast du mit jedem auto aber schon bei porsche ist das sehr extrem die luftdrücke sind scheiße bei den temperaturen dadurch dass mir die brake dax so weit zu haben und ja 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 da gibt es noch 14 minuten im stand ja 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 Wollen wir ihn dann langsam rein holen? Was ist ein Struggle da oder was? Naja, er hat die ganze Zeit, sag ich mal, hier den Metal hinladen, ne? Wird gut durchstehen, sag ich mal. Ja gut, muss er durch, ne? Muss immer mit ein bisschen Druck leben, ne? Kann ihn nicht immer alles vorkauen. Naja, und vorne rechts fährt er halt auch kein Reifendruck, naja. Wir sind 28 Grad. Kleine Frage an dich, möchtest du dein Stint zu Ende fahren? Ne. Ne. Eigentlich schon, aber wenn wir... Ne, 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 ne. Warte, 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 warte. Wenn wir taktisch dadurch weiter nach vorne kommen mit dir, um dir mehr Fahrzeug zu geben, dann gehe ich natürlich vom Auto runter. Ne. Und darum geht's nicht. Die 12 Sekunden fahr ich wieder zu, es geht nur darum, ob du mit dem Druck von dem Bentley zurechtkommst. Von dem Bentley zurechtkommst. Von dem Bentley, von dem Bentley zurechtkommst. Ich komm gar nicht so nahe dran eigentlich. Ja, dann. Dann fahr dein Ding. Da hab ich einen Fehler gemacht gerade hinten. Das Ding ist halt, ich sag's so, wie es ist, wenn ich Reifendrücke einstellen muss, fickt er mich halt in den Arsch, ne? Ich will das gar nicht so sagen, aber es ist schon spät abends. Jetzt ist nur die Frage, wie tief. Gib mal denn die Reifendrücke. Ja. Bitte. 27. 27. 27. 24. Warte, 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 warte. Moment. Halt dein Schnauze, Jeff. Halt dein Schnauze, Jeff. Wir fahren. Wir machen das nachher. Es ist den nächsten Luftdruck. Benz hat ne Drive-Troom. Gut. Also du hast kannst Druck rausnehmen. Was? Was? Lassen vorbei. Den Bentley. Er ist nicht mehr gefährlich. Wie ihn ist das Rennen gelaufen. Warum? Weil eine Durchfahrtsstrafe kassierte. Was? Sag mir jetzt bei 27,4. 27, was? 27,4. Ja. Witz ich mich jetzt eigentlich verkackern, Michel. 27,4. Was kommt danach? Also pass auf, wir fangen nochmal vor an. 27,5, 27,4, 27,4, 27,2. 27,4, 27,5, 27,5, 27,2. Fertig ist gut. Fertig ist gut. Fertig ist gut. Jetzt haben wir's. Ich fahr jetzt rein. Willst du jetzt schon reinkommen? Okay. Er ist weg. Ich hab meine Aufgabe erfüllt. Naja. Du hast mehr Zeit. Wir kommen weiter nach vorne. Also. Diskussion beenden. Stimmt, Pfarrer muss er noch auswählen dann. Pfarrer noch auswählen? Ja, ja. Stehst aber schon drin eigentlich. Habe ich schon gemacht. Mach's nochmal. Wie schlimm, was für ein Mobile hast du eigentlich drauf? Puls immer. Jetzt. Jetzt haut's hin. Komm jetzt rein, ja? Ja. 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 Check. Mach's weg. Auto steht. Seht. Zündung ist an. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Go, go, go. Viel Spaß. Danke. So. Da bin ich wieder. WD. Stark gefahren, Maga. Sehr schön gemacht. Danke. Also wirklich. War wirklich gut. Die Rundenzeiten erst rein. Fast besser als meine. Aber nur fast. Und die eine. Darauf machst du besser als ich. Auf jeden Fall. Da hab ich jetzt gedacht. Du knackst sogar die 58 in einer Runde. Da hast du dann ganz am Ende in der letzten Kurve. Ja. Ja. Das blöd ist weg. Kannst du dich im Team sich bieten, Michel? Ja. Kann ich habe schon gemacht. Wunderbar. Alter, der Bentley, der ist mir fast in den Arsch reingekrochen, ne? Mhm. Das war ja glaube ich ja gleich wie bei mir vorhin, ne? Ja. Den habe ich mir erst so schön hingelegt mit dem einen, den ich durchgelassen habe. Und äh... Und dann habe ich mir gedacht, mach ich mal den Michel und steck einfach mal ganz freck mit durch. Äh... Ich trottel. Bin halt gleich am Start jetzt über die Wiese gefahren. Hab mir 0,3 PSI Lüftdruck weggesnackt. Knock, knock. Starke Stinz. Also vorne rechts wird jetzt nicht in der Runde. Er rollt dann bestimmt für 500 Mager. Vorne rechts fällt immer einmal kurz ab, wenn du kalt rausfährst beim Porsche. So? Der geht wieder hoch. Okay. Okay, Luftdrücke sind jetzt schon zu hoch. Für was bist du die rausgefahren? Bei 15, 15. Wir haben noch 16, 16, ja. Schön gefahren, Mager. So, ich gehe mal ganz kurz auf die Nette, Leute. Ich bin gleich wieder da, ja? Jo. Und dann können wir uns unterhalten schon. Ich habe noch mehr, aber die Wiese im Ballon. Das ist ja nicht schlecht. Pistol hat einen Vorteil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Irgendwie müsste ich die Luftdrücke runterkriegen. Ich hätte eher gesagt, versuch mal die Curbs irgendwie anzufahren. Ja, welche Curbs denn? Die sind alle zu niedrig. Das war zu viel. Hey, das bringt nichts. Muss ich halt jetzt versuchen mit den Drücken zu fahren. Mensch! Junge! Sorry, bin ich wieder. Also ich muss dann nochmal in meinen Stream gucken. Das kann nicht sein, dass die Luftdrücke jetzt überhaupt nicht erlauen. So ein Quatsch. Warum soll ich nochmal fahren? Was? Chat hat geschrieben, ich soll nochmal fahren. Was ist denn los? Nö, nö, nö. Äh, bei Michel stimmen die Drücke nicht so ganz, aber... Geh! Riecht ja schon hin. Riecht ja schon hin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was hast du geändert? Meine SimoCube hinter den Monitor gestellt. Die ist jetzt 55 Zentimeter vorm Bildschirm. Und den Winkel nochmal anders eingestellt. Okay. Es ist nur meine Sitzschiene im Arsch. Die ist fast nicht richtig. Die knarzt manchmal ein bisschen. Die ist fast nicht richtig. Die Sitzschiene braucht vielleicht den Gagball. Nee, du brauchst den Gagball. Also du im Urlaub, das ist ja... Also du redest ja... Das hört ja gar nicht auf. Wie fast der Fall, Alter. Also Platz 11 muss noch zweimal in die Box. Du gehst Platz 11. Äh, Platz 12 meine ich. Die sind gerade an der Box jetzt. Ja, deswegen sage ich ja. Die müssen zweimal noch in die Box. Ja, 25 Sekunden zu P10. P10, 2, 2, 2, AQL. Nee, das kann ich nicht rein. Ganz 59, 3. P10 muss man aber auch noch mal zweimal in die Box. Die waren auch jetzt vor ein paar Runden erst an der Box. ach so ne dann dann aber pc ja eigentlich schon selbst also gut richtig stürmisch geworden weil ich sage es kann auch mal kommen ich habe so eine plaste möbel und also bei mir ist schon sehr ländlich möchte ich sagen und ich habe so dermaßen in diesem plaste sitzt ein gescheppert jungen das war so richtig ja anti stress und macht alles raus aus seinem körper punkt ja ich glaube alle nachbarn wissen bescheid der german zu gehen den neuen muss auch noch zwei mal die box ja wir waren irgendwie die waren fünf unten draußen danach von der box ist ja mir entscheidend ich glaube p8 auch die waren auch für zwei runden an der box oder war aber mein 360 war 10 von 10 der war wirklich gut den halt gefühlt falls ihr euch noch daran erinnern können dann schochen wir die möbel vom balkon runter danke an euch alle für euren support und eure unterstützung und in diesem sinne sage ich jetzt ich bin weg tschüss aus peace sog 3 giftet art tier 1 sub to her lapsus they have given 603 gift subs in the channel Ja, ohne den Essen hätte das nicht funktioniert, Pulli. Der hat mich nur ein bisschen mit angeschwungen. Die müssen ja auch noch einmal in der Box. Lul. Ja, aber gut, das sind halt die, die wir überholt haben. Wir haben die ja jetzt überholt. Wenn wir jetzt in die Box fahren, dann sind wir zwar wieder hinter denen, aber die müssen ja auch wieder in die Box und wir überholen die wieder. Ich verstehe. Error, danke, dass du Toppelwurst ein zugesteckt hast und Sorge, danke, dass du Lapsos ein zugesteckt hast. Vielen Dank, Leute. Das dunkle mag ich irgendwie bei Optisch auf Silverstone. Ja, die Ding ist, wenn ich kritisch hier vorne, die ersten. Ich sehe halt Null, wo ich hinfahre. Nein, wir sind jetzt, Box ist dort, Bahrain ist Platz 10. Wir müssen nur noch einmal in die Box. Die anderen auch, aber wir sind ja jetzt vor denen. Sie haben alles, was wir jetzt vor der Stunde 10, vor der Stunde 5 überholen, ist dann auch hinter uns. Cyber Cobra, Dankeschön, Maga, für 5 Subs. Vielen Dank. Dankeschön, bei Cobra. Twitch Prime ist... Wieso ist das nicht richtig, dass sie nochmal an die Box müssen? Also P, warte mal. Die müssen an die Box, die können keine einen Stamm durchfahren. P8, P7 muss hundertprozentig nochmal angeboxt. Die müssen mit uns nochmal an die Box. Du formuliert es falsch. Aber nochmal, alles, was wir vor einer Stunde 5 Minuten, naja, jetzt überholen, ist Box ist doch bereinigt. Also wenn wir jetzt Platz 9 überholen, und da geht bei einer Stunde 10 Minuten in die Box, äh, haben wir dann halt, Box ist doch bereinigt, sind wir dann vor denen. You know? Naja, das ist mir schon klar. Naja, ich hab das gesagt, weil die anderen beiden vorne noch nicht an der Box waren, aber die sind dann an die Box eben gerade gefahren. Deswegen habe ich gesagt, die müssen noch zweimal an die Box. Die waren ja vor zwei Runden erst an der Box oder so, oder vor einer. Nee, da müssen sie auch bloß noch einmal an die Box. Ja, ja, jetzt müssen die dann noch einmal an die Box, genau. Aber wie ich das gesagt habe, mussten die aber zweimal an die Box noch. Achso, das verstehst du. Jetzt, alles gut. Ich hab das schon verstanden. Chat hat's nicht verstanden. Chat heute ganz schön müde. Ja, von der Rest, das merkst du schon, dass dir der Luftdruck da fehlt. Hast du schon angepasst? Nö. Danke, exzellent. Bis dahin. Ich hab halt keine Ahnung, worum das so ist. Müssen wir mal gucken, wie weit Platz 9 weg ist. 23 Sekunden. Wir gucken uns das jetzt mal die Runden an. Wir kommen ja direkt aus der Hölle. Nee, heute keine roten Bremsen, nee. Ja, wir gucken erst mal, was die Rundenzeiten machen. Ich will mal gucken, dass wir dann vielleicht schon eine 57er ballern. Und mit zweier Bremsen sind wir gefahren. Ist immer Endurance-Rennen, Speedy ist immer zweier Bremsen. Also jedes Rennen, was über eine Stunde geht, ist immer zweier Bremsen. Nee, du kannst mit den 1,90 Minuten fahren, das geht. Achso, du kannst, ja stimmt, gibt ja auch 90er Meter. Ja, das weiß ich. Am Ende mit Wets fahren. Ja, ich glaub, dann verliert ihr eure Kanalpunkte. Okay, die 7 fällt aktuell 58.1. Ja, ja, die werden richtige Luftdrücke haben und Bentley fahren oder irgendwas. Kann sein, dass er sein, sein, sein Sprints denn jetzt einlegt, willst du was schmähen? Du willst aber nicht auf 1er Bremsen wechseln, oder? Nee, nee. Das kostet zu viel Zeit. Ja, ja, ja. Ich mein, letzte Woche in Monza haben wir das mal auf Schützengegnis gemacht. Das war ganz nett. Wir fahren Bentley, wir sind noch nie Bentley gefahren. Wir sind noch nie Bentley gefahren, du. Wir sind Essen gefahren, Ferrari, Porsche und Mercedes. Und ganz früher mal Lexus. Und McLaren bin ich auch schon mit Zentrum gefahren, Silberstone. Hm, im Regen. Im Regen, ja. Und kaputten Lenkrad. Und kaputten Lenkrad, ja. Müssen wir mal gucken, wie die Zeit zu P8 ist. Die fahren 59,5. Und die sind nicht weit, ja, zu weit ungefähr, wie viele Sekunden hast du den Abstand zu P9? 22 Sekunden. Wir stehen jetzt, ja. Ungefähr haben die den Abstand auf P8. Also P9 auf P8. So, okay. Ne, Nissern sind wir nicht in Dings gefahren und ich glaube auch, also, da will ich einen Teufel tun, glaube ich, und Nissern fahren. Die sind richtig schlechte Schnürsenke, ja. Also die musst du halt, da musst du richtig krasses Setup haben. Dann müssen da schon richtige Boys hinter sitzen, die das Ding knallen. Mensch, ich fahren, wäre doch mal was. Boah. Komm, ich komme bei einer Stunde rein. Da machen wir nochmal oben unsere Luftdrücke hier. Ja, und dann kannst du nochmal richtig Alarm machen. Ja, Mann. Ja, aber der Nissern ist halt von der Balance of Performance Speedy richtig schlecht. Da siehst du halt gar keinen Stich. In irgendeiner Strecke war der richtig gut. Ich glaube, bei Monster ist das Ding nicht langsam. Dann noch irgendeine Strecke. Wurstwurst ist im September. Zweites Wochenende, 24 Stunden, äh, Bratwurst. Ich drück dir die Daumen, dass alles gut geht. Dann noch irgendeine Strecke. Dann noch irgendeine Strecke. Daumen nach. Daumen nach. Dann noch irgendeine Strecke. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem abgebrochenen 24 Stunden Rennen ist, Leute. Ich habe nie wieder was davon gehört. Es ist aber auch immer noch so ein Thema, worüber ich immer noch nicht reden möchte, by the way. Kritisches Thema. Nee, Michel fährt bis zum Ende, Pasha. Was ist schlimmer, zu hohe oder niedrige Reifendruck? Ich glaube, egal. Wie ist das kritisch? Na, das eigentliche Thema der Veranstaltung war, gegen Mobben zu sein. Jedes Mal, wenn dieses Thema aufkommt und jemand sich dazu äußert, in der Öffentlichkeit geht das sowieso in die Richtung, dass die Leute zum Veranstalter rennen und das wieder aufbewerben wird und da rein spammen und irgendwelche Scheiße schreiben. Und deswegen werde ich darüber nicht sprechen in meinem Stream vor mehreren tausend Menschen, weil ich habe das Thema verstanden. Deswegen möchte ich dazu nichts sagen. Jo, Suzuki habe ich. Das ist aber schon eine Weile her. Nee, wir fahren nur zur Ruhm und Erde. Ah ja. Ja, gönnt sich halt. Nur anderthalb Sekunden, alles gut. Weil mir die Auspuffanlage glühlt, Alter. Nee. Du fährst übrigens mit 2, ne? Hä? Warum das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, welches Rat du getreten hast. Oli, danke schön für deinen Zap und Ex-Huti, danke schön für 16. Wenn du die Krücke brauchst, sag Bescheid, ne? Tschapse. Ja. Hast du vorne rechts was zugegeben? Ich habe jetzt alles mal so angepasst, wie ich zu ungefähr fahren würde, jetzt. Laut deinen Anzeigen da unten. Okay. Also ich fahr jetzt noch 2 Runden und dann komm ich rein. Na ja, gib Bescheid, wenn ich's durchgeben will, ne? Ja, mach mal deine Box. Ja, das reicht nicht. Mich ist echt wirklich nicht. Der Porsche macht ganz viel Spaß, ehrlich gesagt. Ich hab keine Ahnung, warum die Leute immer rumkrakehlen, dass sie sich fahren lässt. Oh, fand ihn ganz gut. Und ich hab nur hier, ein Tag trainiert. Hier bloß mal so ne, bloß mal so ne Frage, ähm, nö. Die, die, die Reifensymbole, ne? Die gibt's ja ein Schwarz, Grau und Weiß, ne? Was hieß du, Schwarz? Schwarz ist tot. Komplett tot, Dad. Schwarz ist tot, okay. Grau ist an der Brau. Reifensatz 2, Vincent. Reifensatz 3, Vincent. Beide schwarz. Reifensatz 4 und 5, Michelle, Grau. Ja, das ist doch jetzt keine neue Erkenntnis. Wollte ich jetzt bloß mal so einwerfen. Also dann ist es definitiv so, dass das Vincent die Reifen schrottet. Das ist nichts Neues, das ist sehr Fakt. Ja, und Reifensatz, Reifensatz 9, was, ähm, Dizzy ist, der ist dunkelgrau. Das war aber wahrscheinlich der Satz, wo du dich gedreht hast. Das kann sein. Ja. Hallo, Fenster. Hi. Willst du Feierabend? Bin das Radreim gekommen, ja. Ah ja. Was stöhnst du nun schon wieder so mit schlechter Laune gerade? Was ist da los? Noch ein anstrengender Abend. Wie ist mal los? Ist das denn drin? Äh, 27, 1. Jo. 28, 2. Wie schaut's denn aus gerade? 27, 1. Jo. 27, 3. Jo. Auf 10 sind wir am Quälen. Ich helfe jetzt zum letzten Boxstoppereien. Na, habt ihr auch schon mal in Freunden? Nein, nein, das ist jetzt Boxstoppereien nicht so weit. Schöne Grüße. 9 können vielleicht noch drin sein, der Michel Pferd mit falschen Reifen drücken. Wer hat mich noch doppelt zum Schluss, oder wie? Nee, anderthalb Stunden ist er gefahren. Also fährt jetzt noch mal rein? Ja, genau. Ah, okay. Ich hab eben am Ende 45 Minuten gegen Bentley verteidigt wie ein Irrer und der hat die Tee gekriegt hierhin, konnte ich halt reinfahren und dann hab ich mich halt übernommen. Ich glaub, du bist halt, äh, ich hab, du bist konstant. Ich glaub, in jedem Ding schon leergefahren hat, dass ich. Krass, ich bin echt gut gefahren. In der Reihe, also, ich hab alle stark gefahren, was ich gesehen hab, krass, krass. Ich hab malo, dankeschön von deinem Prime und Nordmann, dankeschön von 19. Dankeschön, ganz schön. Was hast du für mal? Nee, ich hab Reifensatz 50. Weißt du, wie die sie das hinbekommen hat? Ja, ich hab extra, ich hab die anderen, hab ich keinen Bock drauf gehabt. Weil das, weil das so umständlich war, neun Dinger zu drehen. Ich bin dabei noch sehr unsicher, solche Sachen einzustellen. Das seht ihr hier in der Mitte ist. Solltet ihr sehen, bei den Luftdrücken. Und da Mitte steht trocken 50. Nur mal alle wachbrütteln. Ja, da. Also, ich weiß, die Reifen, nicht die ältere Frau. Vielleicht war es auch einfach dein Piepern, trocken 50. War einfach der Glühstängel. Burden, dankeschön für 100 Magam. Chat, ich werde am Montag, werde ich ein Gagball bestellen und den zu ihm schicken. Und den jedes Mal, wenn er so eine Scheiße erzählt, beim Kialami-Rennen muss ich ein Gagball reinstecken. Oder wir machen so ein Gagball-Voat auf. Gagball-Raising? Gagball ist ja richtig fame geworden, oder? Gagball-Raising? Oh, Flo hat kurz, hat kurz gedauert, bis er den geraft hat. Oh Mist, ich hab dich ausgewählt, Dizzy. Nee, hast du nicht? Ich bin einfach schon, also du bist schon noch schneller als ich, aber ich hab schon einiges gelernt, ist kein Problem. Ich bin schon gut gefahren, heute. Ich dachte, dass ich wäre das im 50er-Zeit. Du bist zu laut. Du bist zu laut. Oh, du bist zu laut. Oh, du bist zu laut. Oh, du bist zu laut. Einmal wieder zurück, dann ist mir das Schild nochmal. Bei mir steht das gerade. Dafür gibt es kein Zehner, aber bei mir steht es nicht. Ich entschuldige mich. Hier gibt es kein Zehner. Das habe ich nicht. Ich hab schon übrigens auch umgefahren, ne? Ja. Na ja, haben wir gesehen. Ja, den Zehner krieg ich mir jetzt zurück. Hä? Hä? Es ging einfach um die Wette. Ach so. Ob ich gar nicht oder nicht. Ja, okay. Also klar. Gibt jetzt für dich nur Trockenbrot die Woche. Ja, ich hab mein letztes... Meine letzte Knete hab ich dir gegeben, Bagger. Meine letzte Knete. Morgen... Morgen auf dem letzten Meter, auf dem Sonntag, kann ich nochmal alles rausholen und nach Twitch Primes fragen. Die Möglichkeit, ein Streamer mehrkostenfrei durch Amazon Prime jeden Monat zu unterstützen. Danach kann ich morgen mal gucken, ob ich da nochmal ein Toastbrot zusammenkriege. Ein Toastbrot? Ja. Aber bitte Vollkorn, ja? Das Zünder. Nö. Doch. Nix Weißbrot. Weißbrot schlecht. Na ja, wenn ich Weißbrot essen will, dann esse ich ein Scheiß Weißbrot. Bevor ich mir dann so ein Dinkeltoastbrot reinschiebe ins Gesicht, wovon ich Scheißerei kriege aus der Unterwelt. Äh, nee. Gehst du da von Scheißerei oder was? Na ja, da sind Körner drin. Wenn ich ein Weißbrot essen würde, also nicht ein Weißbrot, wenn ich ein Körnerbrot essen würde, ich würde mich neben dich stellen und vorziehen, aber da würde ich einfach umkippen. Ich muss auch mal an meine Mitmenschen denken. Ja, danke. Der viertes Kopfkino ist... Da haste Mager. Prickelt. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Wie kann denn jetzt der Reifen vorne rechts 28,2 schon haben? Bitte nicht, Mann. Nee, der kühlt jetzt ab. Das ist alles gut. Alles gut. Wir haben jetzt fast nur links vor. Beruhige dich. Das passt. Wer war's da und hat das so eine Teil-Teilstrecke mal, das sind die Rechtshöhe und mal Links. Wo Start ziehen, lasse ich sie eben, glaube ich. Äh, Hitmar, Dankeschön für 16 Monate. Und Rosu, Dankeschön für sieben Monate mal. Der kommt zurück. Es ruhig, deine Katze stinkt mich auf. Aber hinten links ist halt wieder zu hoch. Ey, ich hab die hinten links schon über 4 abgezogen. Oder 1,5. Das geht gar nicht, oder? Das ist komplett weird. Das hab ich mir auch gedacht. Ja, also die Reifendrücke waren heute wirklich sehr weird. Bei mir waren sie super. Ha! Gut, der hat's ja heute gewesen. Der hat's ja gewesen, eine Sache gut hingekriegt. Schön, schön. Ja, ich hab auch so. Ich glaub zu Stefan da, wie es gesagt, so. Ja, aber meine Reifendrücke. Aber die waren es. Ja, gut, ich sag mal so, 4 bis... Na gut, 4 bis nicht gefahren, stimmt ja so nicht. Ja. Wie war der Porsche? Ziemlich geil, muss ich sagen, du Hilton. Aber wenn ich mein Mail-Auto, ich hab den... Also der klingt schön und der ist toll in Kurven und sehr spritzig, aber... Ich glaub, Fefe ist dann doch eher so mein Ding. Ja gut, was aber auch sein kann, du bist da vorhin als übers Gras gefahren mit der linken Seite, ne? Ja, stimmt, das kann auch sein, ja. Da hast du bestimmt auch einiges verloren. Und deswegen war er dann eben die Niedrigkeit am Ende. Oh, halt, Box ist doch jetzt für den Arsch. Alles gut. Das sind die ganzen McLaren's, Alter. Aber man muss schon sagen, dass der Porsche nicht sehr gut fehlt. Nur ist der auf der Geraden einfach ein kompletter Luschi. Kompletter Luschi. Ach so. Ich hab halt noch gemerkt, ich beherrscht das Auto noch gar nicht. Hm. Ich hab halt den... Was ich ja gemerkt hab, ich hab dem Kurveneingang überhaupt noch nicht verstanden. Also... Schnecke versus ICE auf der Geraden. Ja, so ungefähr fühlt sich das an. Alter, der Band ohne Scheiß-Chat, der Band-Deo, wenn ich immer das Heli-Corsa gesehen hab, wieder auf den Geraden so... Hm. Hm. Und dann in der Kurve... Hm. 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 Ja, ich hab mich gedreht, bin rückwärts gerollt, bin dann auf die Bremse. Wollte den ersten Gang runter, wollte Gas geben, haben die Reifen einfach durchgedreht. Obwohl nichts war. Also einfach durchgedreht die ganze Zeit. Ich kam nicht vor Fleck. Nein. Du bist ja immer geschmackig. Ja, wie war's da runter? Und dann ging's wieder. Wie war das jetzt so vom Gefühl her, von der Umstellung? Also... Creme anders auf jeden Fall, aber geil. Hat sich Laune gemacht. Anstrengend auf jeden Fall. Nicht gewohnt halt die ganze Zeit so, weil ich mal so Lenker so verkrampft festzuhalten erstmal, ne? Aber, äh, mega geil. Hat Laune gemacht. Das ist ne blöde Frage vielleicht, aber, ähm, inwiefern würdest du jetzt sagen, spürst du das, spürst du das sehr anders, oder einfach nur feiner vom Feedback her, oder? Stärker. Ich, ich spür das Auto mehr. Also ich spür die Bodenwellen, ich spür was das Auto macht, deutlich besser. Also du kannst das in der Hinsicht, ähm, richtiger interpretieren, was das Auto macht. Ja, ich merke wirklich, wenn du über den Curb fährst, über Rasen fährst, du merkst wirklich, über was du fährst auch immer alles und so. Über Hubbel, Unebenheiten. Oh, Michel! Michel, du geile Sau! Das wollte ich vorhin auch machen und du hast es einfach durchgezogen. Senpai! Uuuuh! Du geiler Ficker, Alter! Was war das denn, Junge? Hahaha! Du geiler Ficker, was war das denn schon wieder, Junge? Reg dich aus der Unterwelle durchgeruscht, Junge. Ich hab das nicht geschafft vorhin. Schön. Also jetzt for real, ich hab die hinten 0,3 weniger gegeben und trotzdem bist du bei 0,285. Hinten links. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, keine Ahnung. Junge, war das frech. Jetzt lach, du Schwein, du lachst! Ich weiß, dass du lachst, du Ficker. Ich werde mal kurz vom BMW gerufen, eine Sekunde eben. Ganz komisch irgendwie. Nee, das war aber richtig frech, Alter! Das war so frech, ey! Du, alte Drecksau! Der kommt immer noch nicht klar. Du bist schon fünf Sekunden weg. Den hat's komplett zerlegt, aber... Hüpp, schwüpp, da war der Porsche daneben! Wo kommt der denn hin? Alter, so war das wirklich wichtig! Ich glaubte er drüber... Obst, wo kommt der jetzt auf einmal her? Und zack, mal wieder weg! Einfach trocken reingesteckt! Ja, trocken 50, ne? Oh, das war ja ein... Eing war das schön! Leck mich fetten Arsch rein, war das schön! Ich seh ich drin, jetzt sind wir bei trocken 10! Okay! Das war wirklich mit Anlauf ohne Gleitgel eben, Alter! Das war wirklich mit Anlauf ohne Gleitgel eben, Alter! Das war wirklich mit Anlauf ohne Gleitgel eben, Alter! Interessant! Das... Und... Das... Das... Das werde ich nur meinen Kindern erzählen! Damals! Unkel Michel mit dem Porsche drin rein einfach rein sagt er und zack war er drin aber so schnell war er auch wieder raus ja Unkel Michel hat nämlich nie lange gefackelt beim Bumsen einfach rein und wieder raus ich komme auf den Reifen hoch nicht klar er ist super weird heute ich habe den vorn auch rausgefahren und meiner hat hinten und vorne überhaupt nicht gepasst ich bin bei 1919 habe ich die Dinger warm gefahren und war 0,4 unter und an manchen 0,9 das ist halt keine Ahnung das war super absurd das ist normal auf der Strecke also du hast ja auf einen Teil der Strecke mehr Belastung links auf den Reifen auf den anderen mehr rechts es geht ja darum dass wir rausgefahren sind über längere Zeit am Anfang und am Anfang schon den Kugnisch erreicht hatten verstehst du ob der Gesamt auf der Strecke oder Bagger nochmal also pass auf wir sind bei 19 Grad und 19 Grad haben wir das warm gefahren und rausgefahren dann sind wir im Rennen mit denselben Drücken bei 1919 gefahren und hatten an manchen Stellen bis zu 0,9 zu wenig Druck drauf und das hat nichts mit unterschiedlichen Streckenverhältnissen auf Silveston zu tun also an denselben Stellen habt ihr dann fast für halbmäßig besitzen 0,9 ganz komisch irgendwie jetzt gerade habe ich bei Michel hinten links 0,3 oder 0,4 abgezogen er hat immer noch 28,6 da hinten oder stehen sagen wir ab dem eine mathematische Formel heute geklappt halt dein Schnauze halt dein Schnauze da hast gar nichts mit deinem mathematischen Formel hoi Leute oh herrlich er hat wieder hat wieder Nils wieder der Tafel abgeschrieben obwohl er sie sollte mensch 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 man kann nicht eigentlich die die Muttipe noch dazu macht wir auch die aufnehmen ne kannst du mal ne 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 naja hat der Körbner alter wird doch mal für jetzt hier Dreck zu verteilen ich sehe nichts so schon dunkel da hat er mir noch Dreck auf der Frontscheibe Elvigo brauchen Gagball warum warum ich jetzt ich weiß nicht gar keinen der ist ein Hescher ich weiß was fehlt der Körbner rain light es gibt dir jetzt nochmal 30 PSX klar jeden wer sich P10 ist ein Reichweite P10 muss auch nochmal an die Box ein P11 auch wie lange dauert ne Pütze Box sowas dann reiß die Kulmbür ja gut halt mit Rainer rausfahren ich denke mal aber gar sagen 45 43 irgendwie sowas eventuell sagen wir mal 40 ja die müssen aber nicht mehr volltanken das ist so fragtisch ob die Reifen weg sind das ist auch die andere Frage ja gut aber die verlieren auf jeden Fall nochmal 15 ja und da ist so bestimmt also wie weit sie mit ich gucke gerade das soll das mal sehen der P10 ist derzeit in den ersten drinnen wir brauchen den Honda der ist jetzt in den ersten Exit gerade und der fährt 200 7er Zeiten wenn ich sogar langsamer weil der Gott will struggle nicht immer ein besseres hat doch das macht einen Unterschied wie viel man tankt auf der Zeit kommt drauf an wie es eingestellt ist dann dauert es eh 30 Sekunden ja genau man soll gleich sagen wenn ich durch den Sektor Zeit komme das sind 37 Sekunden Unterschied zu P10 gerade wenn wir normal boxen dann haben wir noch jeden Fall und der verliert halt fast was verliert dann auf die Runde eine Sekunde der ist jetzt auch dagegen wahrscheinlich wirklich einfach können wir mal viel defter von 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 kev von von wo von Ja, habe ich Punk Queen. Habe ich auch. Zwei. Was? Zwei Katz, weil gerade die Frage kam, wie viele Katz wir haben. Achso, zwei. Haben wir keine rausgefahren? Mehr danach. Ach Mensch, ich habe mich schon auf den DT-Desert gefreut, Mann. Ja, aber du hast ja immerhin den Spin-Winz gemacht. Den teuersten Spin der Welt hast du gemacht. Wenn schon, denn schon. Was? Du Arsch. Nee, du nicht. Ja, okay. Ja, ich habe mich heute, ich habe mich bei Haas von einem gewissen Fahrer inspirieren lassen und sponsern lassen heute. Ähm, es war Manöver andenken an ihn. Ja, wir haben ja vorher gelegt, das bedeutet, wir werden wissen, was Matzes Spin nächstes Wochenende der Formel 1 machen wird und wo er es machen wird. Das steht ja jetzt somit ja schon offiziell fest. Findest du das nicht lustig, Sonic? Ich finde das ein bisschen witzig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen schmutzeln tue ich, Flo. Kennen Sie sich ja, also ich meine, das ist der BPR da vorne. Also wollte ich gerade sagen, die kennen sich untereinander. Ja. Deswegen ist es der Jungs von Remo. Also die sitzen ja alle gerade auch drüben im Discord und der... Nee, das ist einfach so hier, warte. Ja. Da gibt's auch was, der näher rankommen. War das sich ja Le Mans, wo das der Ford GT-Gering in Gefahr gemacht hat? Da haben wir keine Strafe kriegen, doch jetzt hier so FBI Open Up. Das Ding ist, es gibt eigentlich im Regelwerk nichts, was eigentlich großartig da passieren kann, das zu machen. So, Serwerin, jetzt mach mal Platz hier, bitte. Ich will nicht die Brechstange öffnen, äh, rausholen. Der soll nicht mal keiner halt auf so und auf so ne Weise mit sowas umgehen. Muss nicht jedem passen. Das ist die Problematik beim Porsche. Auf den geraden kommst du einfach nirgends was vorbei. Du musst das halt mit dem Code 2 füllen. Serwer macht das... Serwer macht das echt stark, also... Holy shit. Ja, das kostet aber Zeit für P10, und das ist schlecht. Ja, das stimmt. Die Frage ist, wann die in die Boxen müssen, das wäre... Zehn Runden. Zehn Runden. Zehn Runden. Also P, L, V und V, ne? Ne. Ich meine P10. Oder was meinst? Ja, P10 muss an die Box, auch in ungefähr zehn Runden. Elf Runden, zwölf Runden. Ich spielte fast das Rennen einfach so bei. Na gut, das ist jetzt halt die Frage, ne? Ach, was? Da ich jetzt ins Voice komm. Ich gegel den jetzt einfach raus. Easy. Ich war's nicht. Okay, ich war's nicht. Oh, du hast jetzt nicht. Oh, du hast ihn. Oh, du hast ihn. Oh, du hast ihn. Hast ihn. Dankeschön. Vielen Dank. Aaron, hi Dennis. Ich bin nochmal ganz kurz auf K, Freunde der Sonne. K, bis gleich. Das hat er sehr gut verteidigt, also war schon stark. Ey, NC. So, jetzt haben wir noch Platz 5 vor, ne, das sind halt jetzt noch ein Haufen zwischen uns. Wie weit ist der jetzt weg? Äh, kann ich gleich durchgeben. Beim nächsten Sektor. Und da fährt jetzt Richtung Startziel ungefähr. Der Schreibt's gerade 33,8, also wir haben 4 Sekunden aufgeholt. Wo sehen die das denn immer? Keine Ahnung, die haben Pit wohl wahrscheinlich Dauerauf und Refreshen alle 5 Sekunden. Ja. Ja, aber selbst da siehst du den Abschnitt nicht, oder? Ja, doch, klar, du kannst das abbrechen. Naja, ja, ja, doch, 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 ja, ja. Ah, die 12 Sekunden ziehst du aber von uns ab und dann haben wir das. Nee, Severin ist ein guter. Ja, ja, ja. Hallo, krass. Hallo. Wär noch nie passiert. Einmal Extenten, bitte. Ihr seid genau jetzt noch mal frisch. Frisch. Das war jetzt bloß man ein kleines Beispiel, wenn man vor der Anbremsturne zu viel Streckenbreite nutzt. Ich weiß gar nicht, ob hier 9 aufbauten muss. Äh, 35 Sekunden sind's. Das ist so geil, wie du den Porsche hier Stapolo reinschmeißen kannst, ne? Das ist Fernlicht. Das Diffusorlicht ist geil beim Porsche. So, nee, Fernlicht will ich nicht. Mir reicht das. Ein Fernlicht sehe ich auch bloß nicht viel mehr. Ja, ich bin nur ein Fahrgerade. Ah, okay. P8 muss noch. Ja gut, P8 ist halt schon weg. Und P10 muss auch noch, ne? Ja, ja, P8 ist halt zu weit weg. Also, es ist... Da würde ich mal sagen, außer Schlagdistanz. Außer die... Keine Ahnung. Pitten 50 Sekunden oder so. Ja, Dennis, alles klar. Warum ist er bei GTWR? Wird er arrogant, der Herr Schnurrger. Der Mercedes vorne geht auf den Hotlab, jetzt erscheint. 57 gefahren. Ichi! 57.7. Ah, das ist halt fast leer. Der war gerade in der Box. Naja. Der wird so 50 Liter, dabei haben 60 Liter, 50 Liter irgendwie auch, denke ich. Ich glaube, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube schon, dass man die Reifen auf eine gewisse Art beansprucht. Also, mit dem Porsche auf jeden Fall wechseln nach einer Stunde hier. Ich glaube, auch mit dem Mercedes, weil die haben ja auch immerhin gestruggelt in dem Mercedes. Nee, das ist nur bei Dennis so. Ich glaube, da keine Probleme mit dem Mercedes. Nee, ich meine, weil hier der Schalm und so, die hatten ja auch ein paar Probleme am Anfang. Danke, Jan. Gleiche Bremse bekommen. 32 Sekunden. Also eins können wir sicher sein, P10 wird Reifen zu 99 Prozent nicht wechseln. Die müssen erst neun oder acht Runden an die Box. Ja, wenn die, wenn die, wenn die, ne, werden die auch nicht, die werden einen Splash and Dash machen wahrscheinlich. Das heißt, man müsste innerhalb, ja. Ich sag mal, die brauchen ungefähr 30 Sekunden mit rein und raus fahren, ungefähr, würde ich jetzt mal wissen. Nee, nicht mal, wenn die nur hoch lüften, dann hauen die für vielleicht nur 10 Sekunden, 15 Sekunden. Ja, die müssen aber den Motor ausschalten, dann musst du den Motor wieder ein, das leppert sich. Aber ich glaub, 20, also ich sag mal, 20, 25 höchstens sowas. Also man muss, also Anni, also, Dachlis what? Weiß. Dariel hat, hat auf nicht Top 10 gewettet, sagt einfach, P11 reicht völlig. I see what you did there. I see. Leut, Dennis, Junge. Er battelt halt. 31 Sekunden. So, da bin ich gehalten. Schaltet gleich Jugendamt ein. Dennis und Jan. Dann kommt er auf RTL 2. Sorry, Leute, ich muss nur eben fix die Katzen verdienen. Ja, dann mach mal die Mois. 30 Sekunden. Also was verliert denn der da vorne an Zeit? Oh, da. Also P10 fährt eine 2.1.5. Ja. Ich will das Rennen heute, Chad. Ich will das Rennen heute, Chad. gut. Ulf, ca. 4 sehen. Was? 30 Sekunden. Ja. Es ist 2 Minuten. Das war's. So, wie er da. Ich weiß noch nicht, ob wir ein Happy End haben, Chat, wenn ich gesagt. Kommt darauf an, ob der FIFA da jetzt nochmal reinfährt gleich. Was sollte er eigentlich? Ja, wir haben gesehen. Ja. Also ich sag's mal, wenn jetzt die Pace so bleibt, wie sie jetzt ist, dann passt es. Sollte es auf dem Pitstop funktionieren. Selbst wenn die nur tanken gehen. Ja. 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 Der Michel macht halt eineinhalb Sekundenrunde gut. Ja. Ja. Ja, praktisch gesehen, können die jetzt schon gar nicht mehr Reifen wechseln. Weil dann wären sie jetzt so oder so hinter uns. Ja, muss man aber gucken. Ja. Ja. Das Ding ist halt, dann werden die halt noch, wenn jeder aus der Box rauskommt, wird der auch mal erstmal zwei Runden brauchen, bis er dann Druck hat und dann sind die Reifen noch schlechter wie vorher. Ja, also. Ja. Ja, ist noch drin, Boos. Ist noch drin. Karten wurden verteilt. Und gleich wird er in gegangen. Glaube Jan, er säuft Dennis gerade im Hochwasser. Ich hör Schritte die Treppe. Den ist halt's Maul. Der ist halt's Maul. Vor allem dieser Lau. Ja, einfach Sicherung rausmachen. Das kenn ich. Nein, mach die Sicherung nicht raus. Da hab ich einen Viewer weniger. Lass die drin. Mach's gut, Dennis. Tschüss, Dennis. Hat Dennis dir das mit der Lenkung gesagt? Was? Und Dennis hat mir gesagt, ich soll dir sagen, dass du mehr in-game lenkst als am Lenkrad. Nicht in-game. Nein, das sieht bloß so aus. Weil das Lenkrad so groß ist. Das haut aber hin. Ja, okay. Ich hoffe, er weiß es. 27 Sekunden. Abstand. Sobald die in die Box sind, werden wir die beruhren. Das ist für ein Elke. Das ist doch... Ja, Boris, der hat er von Elke Wille gerade genommen und abgesägt. Was war denn jetzt? Was war jetzt mit Dennis? Hm? Wie kann ich bitte der ersten Kurve dreizehntel voll? What the heck? Es ist dunkel, du hast nichts gesehen. Quer, oder? Ja. Du standest nur eben quer in der Einkurve. Ja, schon, aber trotzdem. Warten wir zehn andrunken Zeiten. Äh, 207. Auf 25, 26 Sekunden vor uns. Wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr. Jetzt sind wir ungefähr in einem Zeitfenster, wo es wirklich passen sollte. Aber trotzdem war das dreizehntel. Ja, gut. Es hat den Schwung halt bis zu der einen Stelle halt schon gut mit. Genau. Was gibt's für eine Strafe, die Stintzeit überschreitet? Weiß ich nicht. Bringt dir aber eh nix, weil dein Auto, äh, dein Auto hat nicht so viel Sprit. Ach, das ist falsch. Wir können die Stintzeit überziehen. ACC gibt dir ne SG30 normal, beziehungsweise 30 Sekunden Zeitstrafe am Ende. Oder was ist ne DT? Wir hören wir nicht mehr sicher. Ne, SQ. SQ? Ja. Bist du dir sicher? Ne, du kommst jetzt ne Strafe. Ja. Ja, du kriegst ne Strafe. Stattes Wort DSQ. Ne, ne SG30, weil... Ne, das ist... Ne. Ne. So entweder Drive-Thru... Ne, ne, du kriegst ne SG30. SG30 ist das safe. Alex auch rein, Mann. PC ist noch machbar. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, mal gucken. Es kommt eine Zeit zu hören, wie lange ein Bitstop dauert. Ja, aber ich denke mal... Ja, 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 ja. Doch, ja. Der ist schon durch. Der ist schon durch. P9 könnte vielleicht noch... Nee, nee. Nee, nee. P9 nicht, weil... Das ist einfach... Ja, ja, ja. Es sabbelt nicht. Das ist entschieden, wenn es durch ist. Man muss die Ziele stecken. Man muss sich einfach ganz knallhart mal Ziele stecken. Frage ist nun, wohin du siehst du steckst? Sorry. Der war scheiße. Entschuldige mich. Schlechte nicht. Das ist doch nicht. 23 sekunden in der box genauer raus ist der box warum tippen 23 prozent der community nein weil sie 23 prozent eingetippt haben weil winzeln in der voting zeit das auto in der dritten runde schon weggeschmissen hat und da waren wir platz 31 ja aber chat hat noch nicht damit gerechnet was michel sie heute für feuerwerk anzünden er ist zu viel wenn ich sagen würde es ich will ich wollte spannend machen wer zu drüber oder ich glaube alles was du heute in irgendeine richtung sagst du bist alles wirklich alles ok da muss der hund dann nur noch mal eine box ja 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 ich muss das stimmt scheiß jetzt dass sie jetzt hat sich mit selbst gelobt ist wird um je das ist ein bisschen so was du ich habe meine leistung heute schon abgerufen ja was heißt nicht dass das kann man nächstes mal kommt die und loben ist es immer nie schlecht nie gut ausgegangen egal wann das passiert ist passiert ist da wohnt auch chat luke sie irgendwas ist passiert ja ja stuße sagt sie gibt es hier nicht aber so ungelogen also war ich eine gut steige performance heute von euch jetzt wurde der mutter damit eingespannt besser als bei rtl 2 man ja vieles ging also es ist halt wie sie vorhin schon gesagt wurde ich überfahrt die reifen auf der strecke also ist auf der strecke ist es am krassesten also ich habe auf keine anderen strecke habe ich so eine reifen übernutzung wie auf allen sind auf allen es ging auch also auf imola bar oder so da geht das alle kommen in jedem rennen ich sind nicht im jeder renn pech schwarzes kannst du jetzt hier nicht komm du bist jetzt aber mal ohne scheiß wenn sie du bist der einzige von uns allen bei dem die reifen immer durch sind chat wird auf jeden fall und nicht um die eins auszuwischen sondern ehrlich darauf antworten und sagen ja ein winko ist immer durch wenn du reifst ja das stimmt aber silva so dass doch mit der schippe obendrauf und da wird diese runde nächste reinfahren also im im also es geht ja noch es hätte noch mal wo ich sagt okay da bin ich vielleicht eine halbe sekunde oder so mehr auf pace aber hier ist es halt so zwei sekunden aber ja stimmt ich habe immense probleme mit dem reifen das ist keine frage ja es ist halt also terror es ist halt wirklich so du hast halt nicht das gefühl also ich habe halt keine ahnung was man meinen reifen passiert klar weiß ich dass wenn du fährst irgendwo ist es sich das überhaupt nicht richtig anfühlt aber du hast ja keine möglichkeit art und weise dass in der hinsicht irgendwie richtig zu interpretieren was mit den reifen so passiert weil du fährst halt einfach und du hast ja der vorkrieg dass das gehen und 20 gibt dir halt das gefühl einfach nicht und ja wenn ich halt dann sagt okay ich fahr jetzt auf self-reifen dann bin ich halt naja keine ahnung in der sekunde auf pace oder so und lieber bei sich mir den arsch und zieht das hat er mit den kack greifen durchaus dass ich jetzt so stark auf pace bin das ist halt macht ja keinen sinn sonst bleibt mir nichts anderes übrig als die bitterpille zu schlucken du könntest reifen schon da fahren also das habe ich gerade gesagt hast du mir nicht gerade zugehört ja du könntest einfach mal nicht so beschissen überlenken die ganze zeit dann würden deine reifen wenn ich doch ja was ich kann wenn wenn ich da irgendwie so 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 einen stock in der hand habe der ruckeln anfängt dann kann ich doch schlecht sagen so ja jetzt überfahre ich das auto jetzt überfahre ich das auto nicht ich war gerade am telefon sorry ich habe das nicht gehört ich habe doch gesagt hast du du hast gerade gesagt entschuldigung ich war gerade am telefon ja aber ich hab dich doch gefragt gefragt ich war am fucking telefon und gebutet dankeschön berlin viel 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 dank immer wieder gut ja sie ja was sogar telefoniert ich habe ich habe nicht telefoniert ich habe sprachenrechtsabgehörden eine fair schicken also habe ich war am telefon ok hier wenn es die sie war glaube ich gerade am telefon wirklich glaube ich bin auch gleich noch mal am telefon elektor das funktioniert man kann sogar mit dem herz rhythmus messer herausfinden man dass sie auch auf dem klo ich bin auf dem auto drauf er ist jetzt in der box ja es schaffen wir er steht jetzt ja wir müssen ja auch zu ende zu ende fahren trotzdem was war jetzt dass du so tust als wenn das auto wegschmeißt zu früh gas gegeben also am honda vorbei p9 ist so weit weg gerade bei der richtung sektor 3 der fährt gerade ist die schikane vorne bei vorsektor 3 rein also hinter der hamilton straight noch mal wenn der wenn der auch noch mal die box muss leider zu weit weg ich muss nicht mehr boxen oder war der rest also was jetzt oder warte mal wir gucken mal naja das wird nicht lieber eine box ist auch startziel also das ist durch das thema wenn die jetzt kein fehler oder unfassvoller bauen aber wir dürfen mehr nils optimismus nicht ignorieren wir fahren jetzt noch p1 also das zeit muss man ja ich bin hier nur mit mit komischen mein zeit menschen unterwegs die ganze zeit sorry sorry anführer der häuptling da drei federn auf dem kopf wie weit ist er jetzt hinter uns ja der scorn was wo er hochgelüftet wurde war es ja schon halt trotzdem 37 sekunden verloren ja der war mal der mancher dreifen gewissen kann ich mir nicht vorstellen das ist ja wirklich kann ich mir nicht vorstellen lieber drei federn auf dem kopf als haare auf der brust was ist das gefühlt diese chat wir müssen noch mal die verhandlungen einsteigen für die kanal hallo hat schon gesagt dann würde die kanalpunkte rechnung stellen miche kein bruster schämen ich bin für brusthaare was war das jetzt ich weiß auch nicht ich glaube das ist so ein bruster schämen oder belastend was waren wir so eigentlich von für eine frage ob ich meine beine rasiere die da hat nicht immer wirklich müssen ich während des fahns gefragt ob ich meine beine habe ich nicht verstanden muss ich auch nicht warum wir fahren dann ja aber ja aber jetzt wo wir schon dabei sind stefan sag mal wie er hat mich ja gefragt ob ich mir die beine rasiere schrank auf geantwortet also jetzt ihr könnt jetzt wisst ihr dass jetzt nicht die beine aber einfach nur so werden das das wird aber nächste woche dann auch abgefragt also notiert was stimmt denn mit ihm nicht warum ladet mein handy nicht ja dann müssen wir mal gucken was man da was man uns da ausdenken muss natürlich auch was sein was 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 essbar ist und was er nicht wegschweizen muss er sich hatte das michel mal empfohlen ich war racing 1 0 1 und 20 die hat mich gefragt ob er sich die beine rassiert und michel wollte das volkszentrum magalys was da steht die sie hat michel das empfohlen das mal auszuprobieren ja warum da steht nichts von fragen ja warum sollte mich ist jetzt die beine rassiert ich habe keine ahnung wie wir auf das thema gekommen sind ich bin am fahren habe ich mich auch gesagt ich habe das michel genauso gesagt man kann ja auch ein bisschen pep reinbringen man muss ja nicht über tod ernst fahren ich fand es gut also ich habe mich nicht gestört aber ich muss die frage kam einfach nur absolut random stefan ich glaube da fühle ich das gift von heute von heute mittag oder ich glaube ich baue das jetzt bei mir ein einfach so einfach um auch oma sandreiche zu würdigen dass wir hier runterladen die scheiße müssen das überhaupt gewesen also 21 sekunden sind es noch zu neun platz neun da kannst du noch zu fahren sieben minuten sind noch drei runden aber ein ja machen wir erst da runter von der handbremse ist meine 1 45 fern bitte das telefon hat ganz schön viel screen time heute ja das wichtig chat sorry manchmal gibt es dinge die wichtig sind hat gerade bei lisa rando angerufen ich habe heute schon gegessen genau ist der braucht infos für morgen früh wie es aussieht mit dem becken ob wir den über die bühne kriegen und ob wir mit essen oder nicht richtiger wie bier ja vielleicht aus das wichtig war aber ja so ja ja habe ich wichtige wie viel gesagt wichtiger als ihr trug sie hat mir hardware tipps gegeben war es warum wird da jetzt so gelacht wenn wir jetzt schlaf gut ja jetzt hast du auch geschafft ich weiß jetzt nicht ob ich ist sondern auch hinter uns ja ja da kommt aber gerade angeschossen also der ist zehn sekunden ja gut da habe ich erst mal war mal reifen und da ist alle geschafft da hatten wir jetzt auch abgeführt ja auch einmal ich habe zwar ein wehr aber silber stadt 1 ist scheiße mit porsche jetzt habe ich gesagt tschuldigung ich hatte meine fresse wieder dann sei aber jetzt auch schneller mclaren gut dann haben wir jetzt das quartett mit alle haben sich mal rausgeschmissen in turn 1 haben wir hängen gekriegt gut ja schleiber glaubt reifen links ist ganz wild ja ich feinde einfach mit lichern vielleicht helfe ich jetzt einfach um herr lacher und ja noch mal wir haben halt einfach mal zwanzig liter zu viel sprit mitgenommen wir haben halt einfach mal zwanzig liter zu viel sprit mitgenommen aber jetzt ist nebenbei noch mit der telekom hatteln und telefonieren was sagst du bei der hektur wieder dauerhaft irgendwie am stöpsel am telefonieren ich höre zum zu ja 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 und jetzt ist das ich denke ich denke du kannst halt wirklich bei amazon einkaufen da bin ich mir ziemlich sicher jetzt hat sich einer seiner history kaputt gemacht fülle weiter ganz große weiß wieder halbe schützen so kurze höhe natürlich geht das wir haben schon das sind das ja 40 kilo obwohl das ja auch nicht korrekt ist weil ok pressure so weit von weil ein liter benzin ist ja nicht ein kilo das war ja glaube ich auch schon was mit liter sprit ist glaube 0,9 schießen stot kilogramm oder 0,8 0,7 ich will es jetzt nicht mehr genau verstehe ich war mir kein gagball im auto lexer das ist im auto auf amazon zu hause also ich meine es gibt den ein oder anderen der schon zum teil im auto hat aber ich bin dafür dass wir uns so ein ding jetzt immer auf unsere skids machen ja einfach so von der von der freundschutz direkt vorne dran so ein ding also ich kann ich kann verkündlich bescheid geben einer der kostet auf amazon 22,50 und wird mit klar mit somit so verdeck klappen auch noch oft zusammen gekauft weiß ich wie man das nennt augenbinde ja ich weiß nicht ob das dafür dazu zählt zwei klappen ja gut klappen ok wieso wieso weißt du das eigentlich nicht so vor das war ja scheu klappen weiß doch jeder natürlich wissen wir was scheu klappen sind aber dass das verdeckt eigentlich die kompletten augen der pferde nur die nur die sich nach rechts und links genau das habe ich auch schon mal eine frage wir haben wir auf p1 geschafft einfach fast drei oder vier runden mehr zu fahren als uns oder als wir was indem es uns über rundet haben einmal sind sogar eine runde merkel von als p2 sind halt schnell holy shit ja nee das ist der bentley der ist halt drei vierzehntchen schneller pro runde als alle anderen autos jetzt gibt es erstmal richtig fett kanalpunkte dann rechnen die das mal auf zehn stunden aus keine kunst mit dem battle hier zu gewinnen ist es einfach so kanalpunkte aber wir haben nicht noch mal ausgehandelt scheiße das war jetzt aber auch ganz schnell und heute oder das war ganz schnell höhltig hulasch kann oder haut noch mal 25 euro rein danke für die gute und nette unterhaltung kein problem mein freund da danke dass es dir 25 euro wert ist viel 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 vielen dank dafür dankeschön waren auf alle fälle auf alle fälle heute wilde elf stunden also grob elf stunden sind wir jetzt live hat auf alle fälle mega viel spaß gemacht hat mega viel gelacht was sehen wir das sind wir auf spaß schon wir sind der beste porsche übrigens von zwei war ja was ein ritt alter auf pc in die brummkreise andere porsche sp 27 gewonnen wir haben glaube ich sogar abgestellte ich habe die halt zum schluss noch mal gewohnt glückwunsch an die gewinnen auf jeden fall war auf jeden fall eine krasse pace auch teils im feld heute ich bin heute aber auch nur zu nah tot glückwunsch an